Ja, herzlich willkommen nach der kleinen Stärkung. Wenn Sie an unserer Diskussionsrunde Interesse haben, würde ich Sie bitten, jetzt wieder die Plätze einzunehmen. Bitte kommen Sie möglichst weit nach vorne. Wir wollen ja hier auch interaktiv zusammen gemeinsam diskutieren gleich. Das Thema ist, ist Deutschland ein Gründerland? Welche Chancen bietet das Netz für den Mittelstand? Mein Name ist Stefan Krempel. Ich bin freier Journalist unter anderem für Heise Online und die CT und ich werde durch die Veranstaltung jetzt führen. Wir haben eine ganze Menge Experten hier versammelt auf dem Podium. Wir wollen aber zunächst einen kleinen Einstiegsvortrag hören, damit wir einen Impuls auch für die weitere Diskussion dann bekommen. Dafür begrüße ich ganz herzlich links außen von meiner Seite Michael Urban. Er baute 1995 die Plattform Buch.de auf, die Sie sicherlich alle kennen. Und im Jahr 2000 hat er die auch schon bereits erfolgreich verkauft an die Talia Douglas Holding. Seitdem hat er weitere Unternehmen gegründet. Er ist quasi ein Seriengründer hier in Deutschland. Dazu gehörte 2002 die Plattform LogiPrint. Wenn Sie schon mal Visitenkarten über das Internet ausgedruckt haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie bei diesem Unternehmen gelandet sind. Es war 2002 eben eines der ersten Online-Print-Portale, mittlerweile in 14 europäischen Ländern vertreten. Und er hat dann 2010 auch die Visitenkarte revolutioniert, modernisiert mit dem sogenannten Logi-Code, mit dem man eben die Daten über das Handy austauschen kann. Er hat auch eine eigene Venture-Kapitalgesellschaft mit ins Leben gerufen. Napro Ventures heißt sie. Und unter seinen Fittichen sind damit Start-Ups wie die Jobbörse zutun.de oder das Jobportal Cash for Feedback. Ich würde Sie bitten, uns erstmal ein bisschen in die Thematik Gründerland Deutschland einzuführen. Ja, vielen Dank. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute hier bei Ihnen in Berlin sein zu dürfen und mit Ihnen über das Thema Netzpolitik zu sprechen und vor allem auch, was bedeutet Netzpolitik für den Mittelstand, für Start-Up-Unternehmen und was für Chancen, aber auch Risiken stecken letztendlich im Internet. Von den Risiken haben wir ja eben schon ganz ausgiebig von Herrn Rösler gehört, haben ja nun auch schon über verschiedene Themen diskutiert, was wir gleich sicherlich nochmal im Detail fortsetzen werden. Ja, ich wurde vorgestellt, Buch.de, LogiPrint, Bonus Insight ist mein aktuelles Projekt, an dem ich persönlich als Geschäftsführer arbeite und mit Napro Venture bin ich natürlich als Venture-Capitalist unterwegs und biete aber Start-Up-Unternehmen in erster Linie nicht Kapital, sondern Netzwerke, hilfreiche Tipps, Ideen. Also im Grunde genommen versuche ich, junge Unternehmer vor diesen Fehlern zu bewahren, die wir 1990, 1995 und 2000 immer wieder gemacht haben und die letztendlich auch dann hinterher wieder zu einer Blase geführt haben. Ja, das ist nämlich genau das, die Blase ist im Jahre 2000, 2000 geplatzt, 2001 und wir haben, wir haben einen riesen Hype im Internet erlebt um 1999 und 2000 und im Endeffekt war es so, dass wir natürlich einen offenen Markt hatten. Es gab noch keine Idee, es gab noch keine Infrastruktur und wir hatten im Grunde genommen die Welt offen, wir hatten die grüne Wiese und konnten natürlich von Null auf an starten. Das ist natürlich ein Punkt, den heute ein Start-Up-Unternehmen nicht mehr hat. Auf der einen Seite hat man zwar das Netzwerk da, wir haben eben gehört, dass es zwar immer noch in einigen bestimmten Gebieten an großer Infrastruktur fehlt, aber insgesamt sind wir ja ganz gut versorgt in Deutschland, was das Internet angeht. Das sind natürlich die Voraussetzungen, die ein Start-Up-Unternehmen heutzutage vorfindet und wo ein Start-Up-Unternehmen letztendlich auch was mitmachen kann. Aber haben wir denn wirklich in Deutschland eine Gründerszene? Haben wir denn wirklich eine Gründerkultur? Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich uns unser Land mal angucke, Deutschland ist an sich eigentlich das Land der Dichter und Denker gewesen und dann später das Land der Erfinder. Aber wo stehen wir denn heute? Wenn wir uns heute doch mal anschauen, wo wir in Deutschland stehen, dann stehen wir doch ganz häufig für bürokratischen Hürden. Als Gründer muss man eigentlich heutzutage mehr Angst vor dem Scheitern haben und letztendlich fehlt es ganz häufig doch daran, Mut zur Innovation zu haben. Aber woran liegt das denn hier in Deutschland? In Deutschland ist es letztendlich so, dass man, wenn man etwas erfolgreich hinbekommen hat, dann ist man derjenige, der gehypt wird, dann ist man derjenige, der zu Vorträgen eingeladen wird, dann ist man derjenige, der zu jeder Veranstaltung kommen darf und auf diesen Veranstaltungen mit vielen anderen Leuten Netzwerken darf. Aber hat man mal einen Fehler gemacht, wird man in Deutschland leider als Loser abgestempelt. Und ich denke, das ist noch ein ganz, ganz großes Problem. Ein Problem, wo wir eigentlich, wenn wir mal über den großen Teich gucken, wenn wir einmal nach Amerika rüberschauen haben. Und Sie sehen hier vielleicht schon in der Kurve, ja, der Beamer ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber ich will Ihnen ein bisschen helfen, was da steht. Da reden wir nämlich über eine Person, die leider verstorben ist, aber die in Amerika sich vor Rückschlägen letztendlich nicht zurückhalten lassen hat, nicht niederstrecken lassen hat und die in Amerika auch die Chance hat, etwas anders und neu aufzubauen. Ich rede von Steve Jobs, der 1984 den Macintosh Computer erfunden hat. 1985 kündigt er bei Apple, oder wird eigentlich mehr gekündigt, wegen dem internen Machtkampf. 1997 kehrt er zurück zu Apple, 2003 der erste iTunes Store wird eröffnet, 2007 das iPhone. Sie sehen die Kurve von Apple da vorne, ja, und was danach mit Apple passiert ist, wissen wir alle hier in diesem Raum, Apple ist das Unternehmen weltweit geworden. Aber hätte denn so ein Gründer, der eine solche Kurve durchgemacht hat, wie Steve Jobs, hätte dieser Gründer in Deutschland auch eine zweite Chance bekommen? Ich wage das manchmal zu bezweifeln, denn letztendlich gibt es viele Leute, die haben durch Niederlagen Dinge dazugelernt und sind dadurch noch besser geworden. Ich habe vor kurzem einen Mitarbeiter eingestellt, der selber mit einem Startup-Unternehmen kläglich gescheitert war. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist der beste Mitarbeiter mittlerweile bei mir im Haus, weil der kennt die Risiken, der weiß die Chancen trotzdem zu nutzen als Unternehmer und er ist nicht übervorsichtig, aber er ist auch nicht überschwänglich dabei. Und ich kann wirklich nur sagen, wir müssen auch Gründern, wenn sie das erste Mal gescheitert sind, auch eine zweite Chance in Deutschland geben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann kommt noch in Deutschland ganz, ganz häufig der Verwaltungsstaat hinzu. Wissen Sie, ich rege mich jedes Quartal wieder neu auf, wenn ich vom Bundesamt für Statistik und vom Landesamt für Statistik irgendwelche Anfragen kriege. Da werden die Umsätze meiner Unternehmen angefragt. Ja, verdorret nochmal, die habe ich doch längst ans Finanzamt gemeldet und zwar monatlich. Warum sind die nicht in der Lage von einem Landesamt für Statistik sich die Daten beim Finanzamt zu holen? Und jetzt sind wir nämlich genau beim Datenschutz angekommen, weil alles ist der große Datenschutz. Entschuldigung, wenn ich dann anschließend doch wieder da gezwungen werde, diese Daten dann doch wieder auf Datenschutz. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das mal versucht hat, dem Landesschutz, dem Landesdatenamt mal die Daten nicht zu schicken. Entschuldigung für den Versprecher. Aber die Daten nicht zu schicken. Die erste Mahnung sind 250 Euro, die zweite Mahnung sind gleich 3.000 Euro und danach droht die Gefängnisstrafe. Das ist übrigens das Gleiche beim Bundesamt für Justiz. Reichen Sie mal in Deutschland Ihre Bilanzen paar Tage zu spät zum Bundesanzeiger an. Wo reden wir hier eigentlich über Datenschutz? Wir als Unternehmer sollen alles offen legen und preisgeben. Im Übrigen haben wir auch nur eine Plattform dafür in Deutschland, nämlich nur den Bundesanzeiger. Das heißt, ich habe noch nicht mal die Wahl, woanders Daten hinzugeben. Ich muss an die bezahlen. Und im Endeffekt, wenn ich es nicht tue, wissen Sie, ich habe schon mal 2.500 Euro an das Bundesamt für Justiz bezahlt, weil ich zu spät war, weil ich mich quergestellt habe. Aber da leben wir doch in einem Verwaltungsstaat. Oder wie ich auch gerne manchmal sage, in der KPMG Deutschland. Ja, was mache ich mit NABRO Venture? Oder was versuche ich anders zu machen? NABRO Venture ist für mich, wie ich anfangs schon angedeutet habe, ein Investment Vehicle. Natürlich will ich wie viele andere Leute aus ihrem Geld noch mehr machen. Die Gier des Menschen ist leider ohne Ende und unergründlich. Ja, aber ich möchte auch eins an die Gesellschaft zurückgeben. Und das ist mir eines der wichtigsten Punkte. Denn am Ende des Tages, wenn ich irgendwann mal von dieser Welt gehen muss, dann möchte ich wenigstens, dass irgendwas von mir übergeblieben ist. Dass von meinem Wissen, von meinen Erfahrungen, von meinen positiven als auch negativen Erfahrungen, dass ich irgendwas weitergeben konnte. Und wissen Sie, da ist mir unheimlich wichtig, dass gerade junge Unternehmer, die mir Businesspläne vorstellen, nicht nochmal die gleichen Fehler machen, die ich doch eigentlich 1995 schon gemacht habe. Wenn ich solche Pläne bekomme oder wenn ich mit jungen Leuten über ihre Investments, ihre Startup-Unternehmen spreche, habe ich ganz, ganz häufig das Gefühl, ich rede immer wieder über das gleiche Thema, nämlich darüber, was ich für Fehler gemacht habe, weil die sind gerade im Begriff, diese gleichen Fehler nochmal zu machen. Und ich denke mir immer, es hat doch wirklich gereicht, dass ich einen auf dem Hintern bekommen habe, dafür, dass ich diese Fehler gemacht habe, warum nicht eigentlich auch andere Leute vor diesen Fehlern warnen und an die Hand nehmen. Aber genau da kommen wir ja an. Wir müssten eigentlich in Deutschland viel, viel, viel früher ansetzen, nämlich bereits in der Schule. Ich muss den Schülern und ich muss den jungen Leuten heute erstmal beibringen, wie ich Ideen entwickle. Ich brauche keine Akademiker, die mir die Wurzel aus 5716 innerhalb von drei Minuten im Kopf ausrechnen können. Ich brauche Leute, die was machen, die was tun, die anpacken. Gerade in diesem Zusammenhang im Übrigen auch ein ganz großes Thema, die Schulpolitik in Deutschland. Wir züchten uns einen riesen Käfig voller Akademiker in Deutschland und haben anschließend 500 Millionen Häuptlinge, aber keine Indianer, die letztendlich mit denen den Kampf ziehen. Wenn ich dann höre, dass es da Leute gibt, die für 7,80 Euro arbeiten müssen, dann finde ich das schade. Aber die Frage ist doch letztendlich, ob wir an dieser Stelle vielleicht für in diesem Beruf viel zu viele Akademiker auch gezüchtet haben. Haben wir nicht vielleicht auch da übertrieben und haben wir vielleicht nicht in dem Augenblick auch da einen Fehler gemacht? Und ich glaube, wir müssen an vielen, vielen Punkten viel eher in der Schule ansetzen. Wir müssen den Schülern nicht nur beibringen, was man auf Facebook alles alleine verkehrt machen kann. Also ich glaube, und da spreche ich aus eigener Erfahrung als Vater eines Zwölfjährigen, das wissen die mittlerweile selber, was die sagen wollen und was sie nicht sagen wollen. Also ich glaube, da brauchen wir denen wenig Regularien vorgeben. Und einen Fehler werden die auch machen. Da sind wir mit groß geworden, da werden auch unsere Kinder mit groß werden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir unseren Kindern und unseren Schülern in der Schule beibringen, wie ich ein Unternehmen aufbauen kann oder wie ich eine Gemeinschaft aufbauen kann, wie ich einen Verein aufbauen kann oder vielleicht auch diesen einfach nur führen. Denn wir finden das ja immer nicht nur in Unternehmen wieder, sondern in Vereinsführung, im Sportverein. Auch da sind ja letztendlich Leute gefordert, die sich um die Themen kümmern und die besser damit anfangen können. Das Web und seine Innovationskraft kann uns sicherlich dabei helfen, aber es wird am Ende des Tages immer nur ein Hilfsmittel sein oder ein Vehikel. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, unsere Gesellschaft hat sich so da maßen geändert, das Internet ist jetzt da und wir schmeißen mal alles um. Am Ende des Tages ist der Elternhaushalt gefragt, der seinem Kind auch die Möglichkeit gibt, diese Chancen und Risiken mit wahrzunehmen neben der Schule. Ja, und zwei dieser Unternehmen, denen ich jetzt gerade diese Chancen gegeben habe, ist zum Beispiel Bonus Insight. Einmal ein Bonusprogramm, das in der näheren Zukunft starten wird und was Bonuspunkte sammeln möglich macht auf der Basis der EC-Karte. Ich muss halt eben keine neue zusätzliche Bonuskarte ins Portemonnaie reinstecken, sondern nutze die, die eh schon da ist. Und da kann ich Ihnen aus den Gesprächen mit den verschiedenen Leuten in dem Unternehmen sagen, wow, das Thema Datenschutz ist ein großes Thema und ist ein großes Problem, denn auf der einen Seite will man dem User alle Möglichkeiten geben, aber auf der anderen Seite darf man nichts abspeichern. Oder zum Beispiel noch Cash for Feedback, ja, Mikro-Jobbing for Everyone, eine App auf dem Handy, wo jeder geortet werden kann und im Grunde genommen dann einen Mikro-Job angeboten kriegt, der gerade in seiner Nähe zu erledigen ist. Der REWE-Markt will zum Beispiel gerade kontrollieren, ob an der Kaiserstraße in Berlin die Gemüsetheke immer noch frisch angesiedelt ist. Eine wunderbare App, aber auch da gibt es natürlich wieder das Thema, darf ich mich denn überhaupt orten lassen? Aber überlassen wir das doch am Ende des Tages lieber dem User, dem Konsumenten, der diese App nutzt, weil er muss sie ja nicht nutzen, er muss sie im App Store nicht runterladen, er darf es, er kann es und damit entscheidet er letztendlich auch, ob er bereit ist, sich orten zu lassen oder nicht. Ja, vielen herzlichen Dank und ich freue mich jetzt auf eine anregende Diskussion mit den Kollegen hier in der Runde. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank, Herr Urban. Wir wollen jetzt ein knappes Stündchen hier auf dem Podium diskutieren und haben dann noch eine halbe Stunde vorgesehen, auch für die Diskussion mit Ihnen. Wir haben auch eine Twitter-Wall, die wird dann gleich auch ongeschaltet. So wie ich gehört habe, sind wir Nummer eins derzeit bei Twitter, insofern hier im Lande. Insofern denke ich, kommen da sicherlich auch einige Anregungen noch von außerhalb. Ich gehe erst mal auf die Seite rechts von mir. Ich stelle Ihnen jetzt die einzelnen Experten noch vor, die hier mit auf dem Podium sind. Da begrüße ich ganz herzlich Prof. Dr. Jens Junge. Er ist einmal an der Hochschule für Kommunikation und Design hier in Berlin. Aber er ist auch, wie Herr Urban, wie oder weniger ein Seriengründer. Deswegen haben wir ihn auch hier. Er hat 1997 bereits das Landesportal Schleswig-Holstein.de aufgebaut. Dann hat 2004 das erste mobile Lotto-Angebot in Deutschland realisiert. 2006 hat er eine Spezialfirma gegründet, Media Trust heißt die. Die hat sich darauf spezialisiert, einzelne Online-Portale aufzubauen. Unter anderem gehört dazu spielen.de. Wie sehen Sie denn die Lage für die Gründer hierzulande? Also ist Deutschland wirklich ein Gründerland oder muss sich da noch einiges tun? Ja, vielen Dank für die Einführung. Also erstmal auch vielen Dank an Herrn Urban. Er hat mir also in vielen Punkten so aus der Seele gesprochen. Vielen Dank. Also es ist so, wie Sie das ja auch bei dem Impulsreferat gehört haben. Man kann sich freuen, dass trotz aller Widerstände wir so viele Gründer haben. Dass wir trotz dieser ganzen Bürokratie und ich könnte noch viele Aspekte meiner Gründergeschichte mit ergänzen. Viele wahrscheinlich kennen das hier nicht im Raum, aber es gibt eine Insolvenzabgabe. Das durfte ich dann auch eben, als die Blase platzte, dann halt mal merken. Wir gehörten zu den Unternehmen damals noch aus dem Internetbereich. Eines der wenigen, das noch eben existierte, das über Kundengelder finanziert war und nicht nur über Kredite. Und deshalb flatterte plötzlich so ein Binnenbrief ein, sage ich jetzt mal, wie es das immer so schön heißt. Zahlen Sie binden 14 Tage, 15.000 Euro. Weil dann halt ja ich dafür gerade stehen sollte, dass in meiner Branche drumherum eben Firmen pleite gegangen sind und ihm das Arbeitsamt halt über Brückungsgeld gezahlt hat. Also das ist für mich eben so ein Punkt, dass man natürlich auch als Unternehmer immer wieder lernen muss, mit Unwägbarkeiten umzugehen. Aber das habe ich auch nicht in der Schule gelernt. Also Unternehmer bin ich geworden, weil ich mich eigentlich in der Schule gelangweilt habe, sage ich jetzt mal. So ging das halt los. Ich hatte mit 41 eben Mitschülern, geburtenstarker Jahrgang, hinten in der letzten Reihe Platz gefunden und habe angefangen, meine Schulhefte eben zu verzieren. Daraus wurden dann nochmal Comics, daraus eine Schülerzeitung aus der Schülerzeitung und der Wunsch Verlagskaufmann zu werden. Und ja, so bin ich letztendlich eigenständiger Unternehmer geworden, weil keiner unsere Comics und Cartoons drucken wollte. Also haben wir angefangen, einen eigenen Verlag zu gründen. Und aus diesem Verlag ist dann eben 1995 die erste Internetfirma halt entstanden. Ja, alle Firmen, die ich gegründet habe, sind bis heute noch am Markt auch aktiv und ich habe sie eben oft eben mit passenden Partnern halt gegründet. Und ja, könnte dann halt so sagen, wenn Sie sagen Gründerland, man braucht schon wirklich Hartnäckigkeit, man muss zäh sein, um hier auch mit der deutschen Bürokratie, wenn ich jetzt also auch da nochmal das Portal ansprechen kann. Auch ich musste schon mal 2500 Euro zahlen, weil nicht ganz rechtzeitig eben alles veröffentlicht war. Und so kommt man natürlich dazu, dann Konstruktionen zu wählen, GmbHs und CoKGs zu machen und doch lieber eben keine Kapitalgesellschaft und herumzutricksen, um eben auch irgendwie halt dieser Bürokratie und dem Wahnsinn, der einen da täglich verfolgt, bisschen halt ausweichen zu können. Also ich freue mich, dass es trotzdem, trotz allem, wie gesagt, so viele halt gibt und man muss dazu sagen, auch trotz des Versagens halt der gesamten Finanzdienstleister. Denn als ich losrannte damals 95 und Internet machen wollte, muss ich dazu sagen, ich komme aus dem schleswig-holsteinischen Raum, aus Flensburg und zur Bank gegangen bin und ganz naiv dachte so, wir haben hier vor zu investieren. Nee, also das, was Sie da machen, das verstehen wir ja nicht. Also wenn Sie keine Landmaschinen machen, ja, da gibt es ja nichts, was irgendwie als Sicherheit halt irgendwie vorhanden ist. Damit muss man lernen, umzugehen und dann zu merken, ja, ich kann eigentlich nur mit Überzeugungstätern, mit Freunden, Verwandten, wie auch immer, eigentlich ein Finanzierungskonzept mal irgendwann auf die Beine stellen, dass diese Finanzdienstleister eigentlich gar nicht zur Verfügung stehen. Und das Thema haben wir ja dann nachher noch, also wo kann eigentlich ein Gründer heute Geld herkriegen? Und da hat sich zum Glück auch in Deutschland ein bisschen was positiv halt getan, dass es viele Business Angels und VCs und auch inzwischen, sagen wir mal, geerdete Beteiligungsgesellschaften gibt, die also nicht eine Verzehnfachung in drei Jahren unbedingt sehen wollen. Das ist also schon auch besser geworden, aber das war halt immer wieder ein Grundproblem, wenn man starten will, wie kann ich eigentlich loslegen? Und ja, ein Aspekt, Bildungspolitik hatten Sie angesprochen, ist für mich eben nochmal ganz wichtig. Ich habe in der Schule oft mitbekommen, dass Unternehmer eher eben ganz schlimme Menschen sind, das sind irgendwie Ausbeuter und fast schon Kriminelle. So bekommt man das oft eben selbst auch von Wirtschaftslehrern halt in der Schule vermittelt. Und da ist noch, glaube ich, ein ganz großer Weg, wie wir das schaffen können, wirklich auch Unternehmertum in die Schule zu kriegen und Lehre dazu zu bringen, auch das mal als positiven Aspekt zu sehen. Also man muss hartnäckig sein, man muss zäh sein. Herr Oliver Flasskemper, sind Sie auch dieser Ansicht. Ich möchte Sie kurz noch ein bisschen einführen. Sie sind auch ein Gründer. Sie sind vor allem bekannt geworden durch geizkragen.de. Da geht es ja auch ein bisschen ums Geld und das trifft vielleicht doch so den Geschmack der Deutschen, auch die Schnäppchenjagd. Und das Ganze ist jetzt in eine größere Holding eingeflossen, in die Priority AG, deren Gründer und Vorstand Sie sind. Sie sind auch schon mit Gründerpreisen überhäuft worden. Einen hat Ihnen auch Heidi Klum übergeben, habe ich gelesen. Ich habe Sie schon ein schönes Küsschen bekommen, genau. Würden Sie auch die Meinung teilen, dass man hier wirklich hartnäckig und zäh sein muss oder ist das nicht ganz so schlimm? Ja, also ich denke schon, man muss ziemlich hartnäckig und auch stark sein. Also wenn ich mich erinnere an meine Gründerzeit, das war so 98 rum, da hatte ich mit einmal ganz viele Leute um mich herum, die mir alle gesagt haben, Mensch, das, was du da vorhast, das funktioniert nicht. Und überleg dir doch mal, was du da tust und hast doch hier einen sicheren Job und schmeißt den doch nicht hin. Und was alles passiert und wenn du scheiterst und so. Also ich will noch mal ein bisschen, Michael Obermann hat es ja ganz schön skizziert, so dieses, wenn man hier in Deutschland scheitert und das dann ja alle es eher besser gewusst haben, dass es nicht funktioniert hat und so. Und das war schon ziemlich anstrengend, gegen diese ganzen Widerstände zu kämpfen. Und ich glaube, da ist auch eigentlich das Kernproblem aus meiner Sicht. Philipp Rössler hat es vorhin so ein bisschen skizziert. Angst ist der größte Gegner der Freiheit. Und für mich ist Unternehmertum eigentlich so der Inbegriff von Freiheit. Ja, wirklich morgens unter der Dusche eine Idee zu haben, tagsüber irgendwie daran rumzufallen. Gerade im Internet geht das ja alles, ist ja schön transparent und man sieht sofort die Ergebnisse. Und dann im Idealfall irgendwie abends zu entscheiden, jawohl, das ist jetzt eine tolle Idee, das mache ich. Und, aber wenn ich Angst habe, irgendetwas zu tun, ich glaube, das ist in Deutschland ganz weit verbreitet. Ich sage immer, wir haben eine Angestelltenkultur, ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber ich meine es jetzt mal, um das positiv auszudrücken. Wir haben eigentlich zu viele Angestellte, die im Herzen Unternehmer sind. Die aber nicht gelassen werden und die viele Leute haben auch um sich herum, die ihnen sagen, Mensch, das, was du davor hast, das funktioniert nicht. Und bleib doch, mach doch das, was du jetzt machst, das ist was Vernünftiges. Auch ein bisschen aus dem Neid heraus, ist ja auch so ein bisschen typisch Deutsch, diese Neidkultur. Ja, weil das, was ich nicht habe, das soll der andere auch nicht haben. Und insofern redet man vielleicht demjenigen, der irgendwie eine fixe Idee hat, dann eher mal davon ab und sagt, Mensch, lass das lieber. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Kernproblem, dass wir in Deutschland, wir haben im Prinzip eine Gründeragentur brauchen, für alles gibt es Agenturen, für alles gibt es Bundesanstalten. Wir brauchen eine Gründerkultur, die immer das in die Welt rausträgt, vor allen Dingen nach Deutschland rausträgt, dass Gründen toll ist. Und dass Gründen auch nicht irgendeine Alternative ist von ganz vielen, sondern dass Gründen eigentlich das Normalste der Welt ist. Ja, also ich sage mal, wir haben ja die, wir haben ja die, wir haben ja die, wir haben ja die, wir haben ja auch die Zugfahrt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, glaube ich, heißt die, und die hat ja ganz viel Werbung immer gemacht für hier Kondome benutzen. Und ich glaube, mittlerweile ist das ja auch das Normalste der Welt, nach irgendwie 20 Jahren Werbung und Süßmuttüte und was weiß ich nicht alles und Rita, was kosten die Kondome. Und jetzt brauchen wir aus meiner Sicht eine Gründeragentur, ja, die wirklich das in die Welt rausträgt. Gründen ist das Normalste der Welt und das macht Spaß und du kannst deine Ideen verwirklichen. Ich meine, und wenn du hinfällst und du scheiterst, dann gibt es bestimmt wieder einen, der gibt dir eine Chance und du kannst weitermachen. Und das ist wirklich typisch amerikanisch, dass es da völlig normal ist, zu scheitern und dass man dann weitermacht. Und dann gibt es auch wieder jemanden, der einem da neues Geld gibt. Das ist völlig normal, das ist aber auch gelebt. Das ist gelernt und gelebt und insofern ist es normal. Und ich glaube, das ist das, was uns fehlt in Deutschland. Also eine Gründeragentur wird gefordert. Die Frage ist, ob es sowas schon mal im Kleinen auch auf privater Ebene gibt. Wir haben vorhin schon Madeleine Gummer von Mohl gehört. Sie ist aus dem Beta-Haus hier in Berlin, in Kreuzberg. Sie war vorher unter anderem im Bundestag als Mitarbeiterin beschäftigt. Sie hat aber auch schon eigene Web-Projekte realisiert, zum Beispiel EU-Checker oder Stadtland Plus. Und seit 2008 eben mit anderen Kollegen im Beta-Haus tätig. Wir haben das auch mit ins Leben gerufen und dort für die Bereiche Community, Start-ups und Presse zuständig. Kann so ein Gründerhaus, vielleicht können Sie da das Konzept erstmal ein bisschen erklären, was bietet das für Vorteile und kann man da wirklich so Gründen lernen und da ein bisschen auch nach vorne getrieben werden. Ja, Beta-Haus ist ein Coworking-Space. Wer kennt denn diesen Begriff schon? Na, sind ja schon mehr als ich dachte. Coworking-Space ist eigentlich ein Ort, man kann sich das vorstellen wie eine Kreativagentur. Da stehen ganz viele Schreibtische, alte Industriehalle und ungefähr 200 Freelancer und Start-ups arbeiten bei uns. Die mieten sich tageweise, wochenweise oder monatsweise einen Schreibtisch. Die kommen natürlich nicht nur wegen des Schreibtisches, sondern die kommen hauptsächlich wegen des Netzwerkes. Weil in diesem Haus unter einem Dach Grafikdesigner, Journalisten, Entwickler oder auch mal VCs und Kreative vereint sind. Und von diesem Netzwerk kann man wunderbar profitieren, weil man einerseits seine eigene Dienstleistung verkaufen kann auf dem Marktplatz dort und neue Kunden gewinnen kann und andererseits sein Start-up auf sehr flexible und risikolose Art und Weise einfach mal ausprobieren kann. Weil man kann bei uns einziehen und man ist nicht an irgendwelche langen Mietverträge gebunden. Man kann das gesamte Netzwerk nutzen, um seine Idee umzusetzen. Denn ich denke, in Deutschland gibt es wahnsinnig viele super Ideen. Es gibt sehr viele Gründerpersönlichkeiten und die meisten haben, wie du das schon ganz gut gesagt hast, einfach Angst oder werden davor zurückgehalten, die einfach mal umzusetzen. Und wir versuchen einen Ort zu schaffen, wo man gar nicht so viel Mut haben braucht, um die Idee umzusetzen, weil das Risiko nicht so groß ist. Und wir als Team versuchen halt alle Möglichkeiten, zum Beispiel Investoren zu finden für die Start-ups, den Start-ups die Möglichkeit zu geben, sich komplett auf die Idee zu konzentrieren, auf die Umsetzung. Sie müssen sich jetzt nicht monatelang mit irgendwelchen Büros rumschlagen oder die einrichten oder sonst was, sondern sie können bei uns einziehen und anfangen, die Idee umzusetzen. Und vorhin wurde ja noch gefragt, ob man das in der Schule lernt oder im Studium. Ich habe es weder in der Schule noch im Studium gelernt. Ich habe das eigentlich von meinen Eltern gelernt, weil die ein ziemliches Pioniergeist immer bewiesen haben. Und ich habe mich sehr gelangweilt in meinem Studium und habe mein Studium genutzt, um in verschiedene Jobs reinzugucken und zu sehen, wo ich hinpasse, was ich gerne machen möchte. Und es war ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich meine eigene Idee umsetzen möchte. Und glücklicherweise habe ich auch ziemlich schnell die Kollegen gefunden, mit denen ich das zusammen machen kann. Noch eine ganz kurze Nachfrage zum Beta-Haus. Ist das quasi ein richtiger klassischer Inkubator oder auch ein Wagniskapitalgeber, wo man dann auch Anteile abgeben muss oder zahlt man quasi eine höhere Miete oder eine billigere Miete? Also man wird bei uns Mitglied und zahlt dann das, was man nutzt. Sei es der Schreibtisch, sei es die Rechtsberatung, sei es das Telefon, sei es der Meetingraum. Wir arbeiten aber gerade sehr stark daran, besonders für die Start-ups das Angebot noch auszubauen. Also wir arbeiten mit verschiedenen VCs und Investmentfonds oder Crowdinvest-Organisationen zusammen, damit wir für die Start-ups auch irgendwann mal finanzielle Unterstützung bereitstellen können. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach links außen, wieder von meiner Seite. Manuel Höferlin, herzlich willkommen. Er ist Mitglied des Bundestages für die FDP. Einer der Netzpolitiker, gehört als Vorsitzender der Arbeitsgruppe IT und Netzpolitik der Fraktion und auch Mitglied in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft. Wenn Sie jetzt so die Diskussion mit verfolgen, was sagen Sie, ist Deutschland ein Gründerland? Beziehungsweise Sie sind ja, nebenbei hätte ich fast gesagt, Sie sind ja auch selbst Gründer einer IT-Firma. Wie sehen Sie hier die Angelegenheit? Ja, also ich mache ja zur Zeit sozusagen die Politik. Ich habe 96 selbst ein IT-Unternehmen gegründet, also ein Internet-Service-Provider, um genau zu sein. Ich kenne mich also auch mit dem Phänomen der Blase um 2000 gut aus und das Platzen, habe sie überlebt und habe dann die Firma anders strukturiert weitergeführt. Aber das, was viele Sachen, die beschrieben wurden, sind ja sehr treffend formuliert. Ich glaube auch, dass wir viele Menschen haben, junge Menschen, die eine Idee davon haben, was es für sie bedeuten könnte, selbstständig zu arbeiten und ein Unternehmen aufzubauen. Und gerade wenn junge Menschen eine Idee haben, schauen sie ja dann auch mal, wie so die Begleitumstände sind. Und da gibt es so zwei große Barrieren. Das eine ist sicherlich die Angst, nicht erfolgreich zu sein. Jimmy Schulz und ich haben uns letztens auch über die Kultur des Scheiterns unterhalten. Darum geht es ja letztlich. Das heißt, das wird nicht akzeptiert vom Umfeld, dass man was ausprobiert, das eben nicht klappt. Und man es fünfmal probiert und beim sechsten Mal klappt es eben. Dann ist es schwierig, dass die Rahmenbedingungen, ich sage jetzt mal vom Organisatorischen, vom Geld, von einem willigen Banker etc. Das ist die zweite Hürde. Und die dritte Hürde, und die ist nicht zu klein, ist die, dass man Angst hat, als Gründer etwas falsch zu machen und rechtlich sozusagen in der Falle zu landen. Sei das jetzt 2500 Euro zu zahlen, weil man beim E-Bundesanzeiger nicht schnell genug veröffentlicht hat. Oder sei es andere Dinge, dass man eben eine Genehmigung für irgendwas nicht eingeholt hat, weil man nicht wusste, dass es genehmigungspflichtig ist oder ähnliches. Also diese bürokratische Hürde. Und das zusammen hindert natürlich dann enorm. Das heißt, man muss schon Menschen haben, die einen viel größeren Willen haben, alleine vorzugehen und etwas zu machen, wenn man diese Barriere vorne hat. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder man erhöht den Willen der Menschen, etwas zu machen. Die überspringen dann sozusagen die Barriere schneller und einfacher. Oder man baut die Hürden ab. Ich glaube, man muss beides tun. Ich will jetzt nicht gleich mit dem Werbeteil der Politik anfangen, aber ich bin Berichterstatter im Innenausschuss für E-Government. Da geht es zwar vorwiegend um Verwaltung und Bürger, aber da sind auch Unternehmen mit betroffen. Ein Gesetz, das noch gerade im Entstehen ist und wo man durchaus auch bestimmte Hürden im Umgang von Unternehmen und Verwaltungen abbauen kann. Das ist ein Element. Aber es gibt vieles zu tun. Das muss man, glaube ich, an vielen Dingen ansetzen. Ich glaube, dass wir ein regelmäßiges Entstehen von Gründern brauchen. Also was nicht gesund ist und was auch keiner, glaube ich, will, hat auch keiner gesagt, ist, dass wir jetzt wieder irgendwie eine Gründerblase brauchen. Sondern man muss quasi das Gründen eines Unternehmens als einen Weg, sein berufliches Leben zu führen, dass es in der Gesellschaft akzeptiert wird. Das muss etabliert werden. Dass man eben sagt, ja natürlich, ich werde Angestellter oder ich werde Beamter oder ich werde Selbstständiger. Und das ist eben ganz normal. Und das finde ich aus meiner persönlichen Erfahrung ist es nicht. Und auch meine persönliche Erfahrung ist auch die, dass man sagt, naja, bist du sicher, dass du dich selbstständig machst? Also gerade so Familie ist dann immer eine große Hilfe. Wenn man dann, wenn man dann, ich habe mich aus meinem Studium raus selbstständig gemacht. Und dann sagt man, ja, willst du jetzt wirklich dich selbstständig machen? Und mein schlagendes Argument war dann immer, Opa hatte auch einen Kaufladen. Und dann war immer, dann war die Familie schon mal beruhigt, ja, weil dazwischen gab es halt eine Generation, die nicht so sehr aus der Selbstständigkeit kam. Aber man muss dann sich eben auch seine Argumente zurechtlegen und vielleicht auch kleine und große Hürden überspringen. Und beim Rest ist dann wirklich wahr, da muss dann auch Politik, aber auch Gesellschaft ein Stück weit agieren und vielleicht eine bessere Grundlage schaffen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, was getan werden kann. Ich begrüße last but not least Dr. Gunnar Bender. Er ist im Moment auf dem Weg zu Facebook, also zwischen den Welten quasi derzeit noch bei der E-Plus-Gruppe, dort zuständig für die Unternehmenskommunikation. Und bei Facebook wird er von April an dann auch die politische Kommunikation vor allem verantworten. Die Boulevardzeitung BZ hat ihn vor kurzem als Lobbyist 2.0 auserkoren. Sie waren ja auch am Anfang bei AOL, also durchaus einem Internetunternehmen, aber sonst doch eher in größeren Konzernen jetzt mit drin. Hat es Sie nicht auch mal selber gejuckt, ein eigenes Start-up zu gründen? Oder würden Sie sagen, nee, also in Deutschland, nee, lieber nicht? Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich war auch mal als Selbstständiger unterwegs, war es ein großes Abenteuer, was mir auch viel gebracht hat. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit, was ich heute für mich auch persönlich einfach nutzen kann. Ich möchte vielleicht nochmal auf die Frage dieses Podiums zurückkommen. Ist Deutschland ein Gründerland? Ich glaube schon, dass es das ist. Das hat nur keiner gemerkt. Ich glaube, wir haben ein kolossales Problem in Sachen Kommunikation und Darstellung dessen, was wir hier tun. Also wir haben einen Wirtschaftsminister, der sich hier heute hinstellt und alles richtig sagt. Also es war nichts, wo man jetzt sagen könnte, das würde hier irgendwo nicht hinpassen. Aber bitte schön machen. Weil ganz ehrlich, warum ist das nicht der Wachstumsminister? Warum kann man die Themen nicht einfach auch mal in die Zeit übertragen und Sachen einfach auch mal ein bisschen zeitgemäß anpacken? Ich glaube, alles, was wir jetzt hier heute gehört haben, sind im Grunde genommen offensichtliche Punkte. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das habe ich noch nie gehört. Das hat also jeder schon mal gehört. Jeder klagt. Ja, wir klagen alle. Ich meine, ich war auch 2000 eben damals für AOL unterwegs. Ich weiß noch, auf der Fraktionsebene gab es First-Tuesday-Veranstaltungen. Also es war so hip, Start-up-Unternehmer zu sein und mit der Politik zu schmusen. Denn dann war es eine Zeit lang eben nicht mehr so sexy. Und jetzt auf einmal entdeckt man dieses ganze Thema wieder. Und ich glaube, man muss einfach mittlerweile realisieren, dass wir nicht mehr im Jahr 2000 leben. Wir leben im Jahr 2012. Was in den letzten, ich sage mal, drei bis fünf Jahren stattgefunden hat im Internet, ist ein größerer Wandel als das, was möglicherweise die letzten 50 Jahre in den Medien stattgefunden hat und wird wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nochmal gravierender sich verändern. Also das heißt, wir leben in einer Zeit des exponentiellen Wandels. Und die Frage ist, wie stellt man sich darauf ein und wie geht man damit um? Und man wird nur damit umgehen können, indem man, ich würde jetzt fast sagen, so eine Art Wake-up-Call in die Gesellschaft reingebt und sagt, pass mal auf, darüber, worüber wir die ganze Zeit reden, Internetstandort Deutschland. Also ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung hier, CDU-Wirtschaftsrat. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ganz ehrlich, die wissen nicht, wie ein Start-up von innen ausschaut. Das ist also sowas von fernab der ganzen Debatte, die gerade geführt wird. Und da ist auch die Frage, wie schafft man es, Start-up, also ein Start-up lebt davon, dass die Kids vom College direkt in das Start-up reinwechseln. Junge Leute, Anfang 20, frische Ideen, von nichts eine Angst und dann einfach mal machen. Und wenn man hier in Deutschland denkt, dann ist immer so, ja, weiß jetzt nicht, darf man das und überhaupt. Also die Frage ist, wir müssen in diesen Macher-Modus reinkommen, um tatsächlich auch ein Gründerland zu werden. Und ich glaube, die Gründer, die sie eben aufgelegt hatten, damals mit der Kutsche, die auf einmal einen Motor drin hatte, hätte man da irgendwie, da gibt es auch diese berühmten Zitate nach dem Motto, hätte ich eine Kutsche ohne Pferde bauen wollen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht, aber diese Innovationszitate, die ziehen. Also wir müssen das Thema Innovation auf die Tagesordnung bringen. Wir müssen das Thema Mut auf die Tagesordnung bringen. Und wir müssen das Thema Bildung in diesem Zusammenhang auf die Tagesordnung bringen. Also Gründeragentur finde ich super. Bundeszentrale für wirtschaftliche Bildung wäre vielleicht auch mal was Spannendes. Ja, einfach mal in solche Konzepte zu denken und Kommunikation anders zu machen. Jetzt war die Rede immer von jungen Gründern, frisch weg von der Uni. Gerade kam von Twitter eine Frage, müssen es wirklich immer die Jungen sein oder müssen wir das Gründerthema nicht auch breiter denken? Also dass wir niemanden diskriminieren und auch Älteren die Chance zum Gründen geben. Absolut. Also State of Mind, darum geht es. Also man kann auch mit 50 komplett crazy im Kopf sein und wild sein. Die Frage ist halt nur, dann muss man es aber auch machen und auf die Straße bringen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt Digital Native bin. Wir sind alle eigentlich sozusagen Digital Immigrants. Die Digital Natives, die da kommen, müssen auch lernen. Man ist nie wirklich angekommen. Also auch das ist etwas, was die Leute kapieren müssen. Ich meine, ich habe es selber mit verbockt damals mit AOL und Boris Becker. Ja, bin ich schon drin? Ja, also das war die falsche Frage. Ja, also man ist nie wirklich drin im Internet. Und das müssen die Menschen auch kapieren. Nur weil sie jetzt ein E-Mail-Account haben, heißt das noch nicht, dass sie das Internet im Jahr 2012 begriffen haben. Ja, und diese ganzen Fragen muss man thematisieren, um dann eben diesen Constant Change, diesen konstanten Wandel eben zu leben. Jetzt wollen wir mal die Frage klären, ob Gründen nicht doch wieder sexy wird in Deutschland. Also ich habe mich quasi in die Höhle des Löwen gewagt, extra zur Vorbereitung auf dieses Panel. Und bin auf das Start-up-Camp vor zwei Wochen hier in Berlin. Das war in einer Universität, auch Medienhochschule. Und da saßen dann die ganzen, ja, es waren vor allem junge Gründer, muss ich auch sagen, und hörten sich beispielsweise von Google an, wie sie eventuell aufgekauft werden können oder wie groß die Chance dafür ist. Google hat ja hier in Deutschland einen größeren Kauf gemacht. Die Glücklichen, die es getroffen hat, sind die Gründer von Daily Deal, jetzt im Herbst. Das hat natürlich schon wieder, also die Heilmann-Brüder, die beiden, die sind ein bisschen reicher geworden wahrscheinlich dadurch. Genaue Preise, Angaben gibt es ja nicht. Aber, ja, also man sieht, es gibt auch wieder so Verkaufsmöglichkeiten. Man kann auch wieder ein bisschen Geld verdienen mit Gründungen eventuell, was vielleicht doch auch ein kleiner Anreiz ist. Dazu kommen so Sachen wie, dass es plötzlich prominente Investoren gibt. Ashton Katscher ist vor kurzem durch Berlin gezogen. Er investiert in ein Start-up namens Amen, von dem man sonst noch nicht viel weiß, was es mal darstellen wird. Und es gibt aber auch noch jetzt eben wieder Web-Mondays und alle möglichen Treffen. Also noch nicht so ganz in Richtung First Tuesday. Aber vielleicht entsteht da doch mal wieder was. Ist die Frage. Bleiben wir erst mal hier in Berlin. Wie sehen Sie hier? Ist da wirklich so eine neue Start-up-Kultur am Entstehen? Also ich denke, ich denke schon. Hallo? Lila. Ich denke schon. Also wir merken, dass zumindest da im Beta-Haus und in den anderen Co-Working-Spaces um uns rum, dass da ja fast wöchentlich ein neues Start-up gegründet wird. Und Ashton Katscher hat da auf jeden Fall was zu beigetragen. Er hat nämlich gerade in ein zweites sehr spannendes Start-up investiert, Gitzi. Und von dem hört man auch schon sehr viel mehr als von Amen. Das sind zum Beispiel unsere Nachbarn, die oft bei uns rumhängen. Spannend ist, dass es noch so sehr, ja, im Berliner sehr down-to-earth passiert. Ja, es ist noch ohne große Aufregung. Da kommt ein Investor rein, der trifft sich mit einem Start-up beim Kaffee und daraus entsteht ein Deal. Das macht uns total Spaß, das zu beobachten. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob Berlin jetzt wirklich das neue Silicon Valley von Deutschland wird. Mal sehen, aber wir werden dabei sein. Ja, was sagen die anderen Gründer zu dem Thema? Ist Gründen wieder sexy? Ist das doch auf dem Weg dazu? Oder ist das alles ein kleiner, neuer Hype? Also Unternehmensgründer zeichnet ja nun die Neugier aus und eben auch der Blick auf die Chancen, was wir vorhin gehört haben. Dass man irgendwann mal alle Risiken beiseite packt und es dann eben irgendwie trotzdem macht. Weil man an sich glaubt, weil man an sein Geschäftsmodell glaubt oder weil man vielleicht den ersten Kunden gefunden hat, der an einen glaubt. Das unterstützt ja auch schon mal ganz schön. Das ist ganz wichtig in der Gründungsphase, dass man solche Menschen findet. Und ich glaube, bei den ganzen Chancen, die sich zurzeit auch im Internet halt auftun, wie viele Geschäftsmodelle sich hier gerade verändern. Ich kenne nun gerade die Gaming-Szene ganz gut oder eben auch jetzt die Facebook-Spiele, die da halt eine Rolle spielen. Da gibt es nun auch hier in Berlin eben Fuga, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die also so kometenhaft aufgestiegen sind. Und da bildet sich so viel drumherum. Also was hier inzwischen in Berlin halt los ist, da gucken ganz viele andere Städte hier von Deutschland aus, also neidisch nach Berlin, wie die das dann wohl hingekriegt haben. Also das spürt man schon in dieser Stadt. Ja, wir hatten das ja eben auch in einer anderen Diskussion ja schon gehört. Andere Städte tun sich da ein bisschen schwer, trotz aller möglichen öffentlichen Förderprogramme. Und das ist noch so ein Punkt. Also es kommt nicht nur auf die Staatskohle eben drauf an, sondern es kommt auf die Menschen drauf an und auf das Umfeld und auf die Kontakte. Und das ist das, was man eben unterstützen oder fördern müsste, dass eben dann auch gute Ideen auch eine solide Basis halt finden und eben viele da auch mitmachen. Und eben, ja, vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder so sehe. Wir haben auch mal versucht, uns um Fördermittel zu bemühen. Die Bürokratie, die da dranhängt, der Verwaltungsaufwand, vor allem, wenn man noch versucht, ein EU-Projekt irgendwie umzusetzen. Das ist so, dass also höchstens 50 Prozent wirklich auch dann der Fördersumme wirklich halt der Idee zugutekommen, das andere ist alles nur Dokumentation, irgendwie halt Rechtfertigung, Prüfungsaufwand und so weiter. Also lieber sollte Vater Staat eben das, was junge Leute brauchen, Staat-Unternehmen brauchen, ja fördernde, fordernde Aufträge vergeben, als Fördermittel in die Landschaft werfen und ja, vor allen Dingen Mitnahmeeffekte und Verwaltung produzieren. Herr Flaskemper, sehen Sie auch eine neue, wachsende Konkurrenz durch Gründerungen hier? Also ich persönlich gar nicht. Mein Herz schlägt für Gründer. Ich fühle mich selbst immer noch als Gründer. Das hält mich, glaube ich, auch jung. Auch die Kommunikation mit Gründern ist halt eine ganz andere Kommunikation wie mit, ja, ich sage es jetzt mal einfach Mitarbeitern, abhängig Beschäftigten. Also mit Gründern ist schon auf Augenhöhe und kann auch nur so sein und das macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen habe ich, sage ich mal, mich vom Chefsein auch verabschiedet. Das liegt mir nicht. Ich glaube, ich bin kein guter Chef und das habe ich irgendwann für mich mal entdeckt und ich bin gerne Unternehmer und setze neue Ideen um und habe das Chefsein dann mal denen überlassen, die es besser können und die mehr Spaß daran haben. Und ich konzentriere mich auf Ideen und von Berlin kann ich jetzt relativ wenig sagen, weil da kenne ich die Szene jetzt nicht so gut. Wir haben jetzt auch seit sechs Monaten hier ein Start-up. Das war auch kurz mal im Beta-Haus. Also insofern haben wir eben mal festgestellt, alles ist ja recht nah beieinander. Ja, ich komme ja aus Herford, Ostwestfalen-Lippe. Ja, da ist so die Küchenmöbelindustrie zu Hause. Alles recht bodenständig. Und ja, ich sage mal, wir mischen da so ein bisschen den Markt auf. Sind da, haben da auch nicht ganz so viele Mitstreiter. Aber ich bin dankbar um jeden, der dazukommt. Also ich finde, das ist bereichernd. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das sehe ich ganz sportlich und auch so der Wettkampf der guten Ideen. Wir bauen jetzt gerade in Herford auch so etwas Ähnliches auf wie das Beta-Haus. Also bei uns nennt sich das dann Denkwerk Herford. Altes Fabrikgebäude auch, wo wir mit unseren Unternehmen aber primär reingehen. Da haben wir ein bisschen Platz noch über und haben gesagt, dann holen wir uns noch ein paar Gründer dazu vielleicht und coachen die, versuchen denen auch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben und die zu begleiten. Wobei ich immer sage, die Fehler, ich würde mir auch wünschen, dass Gründer nicht alle Fehler machen, die ich auch gemacht habe. Und es gibt so zwei Learnings auch, von wegen hier so Vorstellungsgespräche nie alleine machen und kein Unternehmen ohne einen vernünftigen Vertrieb. Das sind so meine zwei großen Learnings, die versuche ich immer so Gründern mit rüber zu geben. Aber ich habe auch mal gelernt, Erfahrung kommt von erfahren, also von selbst erleben und alles andere ist halt Erzählung. Und insofern glaube ich, Gründern muss es auch erlaubt sein, Fehler zu machen. Und davon lebt ja so eine Gründerkultur auch. Eben wurde es ja auch genannt, also dieses kreative Chaos, in dem sich Ideen überhaupt entwickeln können. Und da muss man auch mal Fehler zulassen. Und da muss man glaube ich auch als Investor, wir haben auch so ein paar Beteiligungen, kleinere, da muss man auch mal die Augen zudrücken und weggucken und einfach mal Fehler sein lassen. Und damit die einfach selber draus lernen. Da geht es jetzt nicht darum, jetzt irgendwelche großen Geschichten, da greift man natürlich ein. Aber ansonsten muss das einfach möglich sein. Und ich glaube, dann ist der Gründerkultur auch schon viel gegeben, sage ich mal. Und was bei uns, sage ich mal, so die Region angeht, ja, ich würde mir schon wünschen, wenn auch wieder an Kleinigkeiten gearbeitet wird, das sind ja oft nicht die großen Dinge, die man irgendwie machen muss. Und mit dieser Gründeragentur, was ich da eben mal so ins Spiel gebracht habe, das ist ja auch gleich wieder, könnte man meinen, so ein neuer bürokratischer Apparat, der da geschaffen wird. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es wirklich um eine Veränderung des Bewusstseins, des Denkens über Gründer, über Gründen und Gründerkultur. Und das fängt alleine, vielleicht so als letztes Beispiel, für mich schon damit an, dass man als Stadt oder Gemeinde einen Gründer willkommen heißt. Ja, 55 Cent Brief, einfach Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns hier, dass du bei uns hier in der Stadt bist. Und wir haben hier so eine Wirtschaftsinitiative und dann haben wir noch den Wirtschaftsbeauftragten der Stadt und so und der kommt vielleicht auch mal vorbei und ja, toll, dass du da bist, auf geht's. Ja, selbst an solchen Kleinigkeiten mangelt es ja oft. Und das kostet ja nun wirklich nicht viel Geld und dass man einfach das Gefühl hat, auch in Deutschland als Gründer, ich bin willkommen. Und wie gesagt, es ist nicht irgendwie ein Ausweg, eine Alternative, sondern Gründen, Unternehmertum muss ein gleichberechtigter Weg von allen anderen Bildungsformen auch sein. Oder Bildungsgängen, sagen wir es mal so. Ja, die Bildung ist ja auch ein Thema, was uns schon beschäftigt hat, beziehungsweise schon angesprochen wurde. Ist denn hierzulande das Bildungssystem überhaupt aufs Gründen ausgerichtet oder dauert das alles viel zu lange, wenn man dann irgendwann mit 25 aus der Uni raus ist oder mit 30 seinen Doktor gemacht hat? Ist da überhaupt noch dann so ein Drive da, das man gründen möchte? Vielleicht greife ich da einfach noch mal zu. Also ich meine, je älter man wird natürlich, umso schwieriger wird es, denke ich mal, sich aus den Fesseln zu befreien, die man sich teilweise ja selber dann so angelegt hat. Also ich denke, ich habe mal neulich gehört, also alles hat halt seinen Preis. Und ich muss bereit sein, diesen Preis dann auch zu bezahlen. Und ein Scheitern mit 50 ist mit unter Umständen oder mit 40 ist natürlich vielleicht mit anderen Konsequenzen dann auch verbunden, wenn ich Familie habe, wenn ich vielleicht gebaut habe und so wie in Gründen direkt von der Uni aus oder nach der Berufsausbildung. Da habe ich ja relativ wenig Kosten, auch relativ wenig Risiko. Wenn dann mal vielleicht ich mich zwei Jahre mal ausprobiere und es dann nicht funktioniert, dann muss es nicht zwingend, muss nicht alles vorbei sein. Und ich habe immer noch die Chance dann wieder, ich sage mal, den klassischen Weg einzuschlagen. Aber je älter man wird, umso schwieriger wird es natürlich in dem Bereich. Herr Junge ist ja auch selber im Bildungssystem. Wie sehen Sie das fit fürs Gründen? Also eben sehr kritisch leider. Meine Erfahrung, kleine Anekdote kann ich ja vielleicht kurz schildern, war halt, wir haben in Flensburg einen Verein, Flensburg Innovativ, gegründet, wo wir dann eben tolle Ideen unterstützen wollten und auch im Preisgeld wirklich schön halt ausgelobt haben. Und wir wollten gerne auch aus dem Bildungsbereich gute kreative Vorschläge halt haben und sind dann in so einen Arbeitskreis halt der Lehrer halt gegangen, die sich da fanden von allen Gymnasien, die dort eben für EDV oder auch für Wirtschaft zuständig sind und hatten dann halt denen das versucht vorzuschlagen, dort mal ein Projekt einzureichen. Und ja, also was wir dort eher schon fast für feindliche Blicke halt empfangen haben, dass da solche ja eben doch Ausbeuter es jetzt wagen, hier irgendwie das Bildungssystem infiltrieren zu wollen und sich hier irgendwie zu platzieren. Also man fühlte sich einfach nicht willkommen und als Unternehmer ist es einfach total schwer, mit Schulen auch ernsthaft das auf die Beine zu stellen. Anderer Aspekt, im Rotary Club gibt es ja immer wieder die Berufsinformationstage. Da kann ich einmal vielleicht kurz berichten, dass wir dort eben auch, sagen wir aus meinem Heimatdorf, die Erfahrung gemacht haben, wenn denn halt die Lehrer halt die Weichen stellen, wo gehst du denn mal am besten hin, um dich zu informieren? Da haben wir eine pädagogische Hochschule halt mit, ja, in unserer Stadt und ja, 120 Schüler sind halt dann lieber dahin gegangen, wie werde ich verbeamteter Lehrer und 10 sind dann dann halt bei dem Thema IT und Internet aufgetaucht. Dass man so einfach nur von der Erfahrung halt, wie werden eigentlich auch Unternehmer eben in Schulen wahrgenommen? Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Missionierungsaufwand noch zu treiben, dass doch auch diese Lehrer eben spüren, woher eigentlich ihr Gehalt kommt und dass sie eben nur durch auch, ja, innovative, wettbewerbsfähige Firmen auch weiterhin ihr Bildungssystem finanzieren können. Da fehlt, glaube ich, immer noch so ein bisschen halt irgendwie, weiß ich nicht, die Synapse und das müssten wir irgendwie schaffen, das herzustellen. Könnte man das quasi auch noch stärker mit der Uni-Ausbildung, also dass man sagt, hier muss dann auch gleich was ausgegründet werden, so ein Hightech-Stab oder ist das schwierig? Also klar, die Uni versucht auch einiges, da hat sich viel getan im Bereich der Hochschulen, dass es da, klar, jetzt Technologietransferbeauftragte gibt, dass es da schon früh Gründungsberatungen gibt, dass es da jetzt auch schon ganz gezielt für Studenten auch schon staatliche Unterstützung halt gibt, wenn man dann eben aus der Hochschule heraus was machen will, da ist ja viel auch in Deutschland passiert. Aber eben, ich glaube, wir müssen schon eher wirklich ansetzen in den Schulen, dass dort Unternehmer auch willkommen sind und dass eben auch dieses eigenständige, selbstständige Denken halt gefördert wird, Eigenverantwortung zu übernehmen, ja, wirklich auch das Gründergefühl vielleicht bei manchen wachzurufen, für das eigene Leben und für die eigene Existenz halt irgendwann mal selbst sorgen zu wollen und nicht nur darauf zu hoffen, dass man irgendwie versorgt wird. Und das ist eigentlich ein ganz kritischer Punkt. Das kann auch nicht nur eine Hochschule reparieren, wenn dann eben man schon eben, ja, in bestimmten Studiengängen landet, wo auch nur eben, ja, irgendwann halt das Anstellungsverhältnis als Ziel auch vorhanden ist. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt gerade in den Schulen kann sein, von vornherein die Schülervertretung und die Schülerzeitung weiter zu fördern auch. Also wenn ich mir jetzt höre, ich meine, ich höre das immer bei ganz vielen Unternehmern, die sind immer entweder irgendwie in der Schülerzeitungszeit angefangen in der Schule, ja, oder haben irgendwo in der Schülervertretung gearbeitet. Aber ich meine, ich weiß aus eigener Erfahrung, die Schülervertretung, ja, kriegt immer Paroli von der Schule. Die Schülerzeitung wird auch nicht gerade tatkräftig unterstützt. Und vielleicht beginnen wir bei solchen ganz kleinen Projekten in den Schulen, in denen wir genau diese Dinge fördern. Und dann entsteht auch automatisch ein Gründergeist, weil aus so einer Schülerzeitungsidee und aus der Kreativität heraus und aus dem Überlegung, wie finanzieren wir uns, wie machen wir das, wie wickeln wir das ab, wird im Grunde genommen ein Unternehmer geboren. Der entwickelt sich in einer Zeit, wo der 14, 15, 16 Jahre alt ist. Und ich glaube, dass gerade die Entwicklung genau in dieser Altersgruppe ganz, ganz entscheidend und wichtig ist und auch entscheidend dafür ist, ob jemand eher so ein Unternehmertyp, so ein Machertyp wird. Ich meine, er muss ja nicht mal gleich ein eigenes Unternehmen gründen. Es gibt ja auch ganz viele Macher in großen Konzernen oder in großen Firmen, die total engagiert dabei sind. Für mich sind das auch Gründe, auch wenn die vielleicht bei Siemens nur angestellt sind. Aber die muss sich viel, viel eher fördern als später in der Universität. Denn in der Uni ist man im Grunde genommen schon viel zu sehr geprägt. Man ist schon viel zu sehr in diesem Alltagstrott drin. Man hat eigentlich schon eine klare Vorgabe. Und ich meine, da hat sich das Leben im Grunde genommen schon an vielen, vielen Wegstrecken entschieden, in welche Richtung man geht. Jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Hindernissen. Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland gewisse Unternehmensstrukturen gibt, die auch im Mittelstand oft vertreten sind. Und dass es manchmal doch ein bisschen anders aussieht als beispielsweise im Silicon Valley, wo alle im Großraumbüro sind, alle in ihren Cubicles, also alle nur so einen kleinen Schreibtisch quasi haben. Jetzt gibt es ja so Ansätze im Beta-Haus, die so ähnlich ausgerichtet sind, wenn ich das richtig sehe. Aber ist es sonst nicht so, dass auch die Mittelstandskultur vielleicht nicht ganz so vereinbar ist mit Start-ups? Oder sehe ich das ganz falsch? Also wir haben regelmäßig Besuch von mittelständischen und großständischen Unternehmen. Und das ist immer super spannend. Also wenn dann so eine Gruppe von Angestellten auf ein paar Start-ups trifft und dann gucken sie uns erst mal an, als ob wir so lila Kühe wären. Und nach einer Stunde bei uns sind die aber so was von motiviert und sagen so, wow, diese Innovation, die herrscht und diese Atmosphäre, wie können wir das mit in unser Unternehmen nehmen? Und da gibt es ja interessante Ansätze schon, dass einige Unternehmen intern so was wie Coworking Spaces einrichten. Also das Büro so einrichten, dass da wieder mehr Innovation stattfinden kann und dass man sich auch flexibel in kleineren Gruppen zusammenfinden kann. Also da ist irgendwie Otto, glaube ich, gerade unterwegs mit so was, TUI macht so was, wir hatten Bosch zu Besuch. Man muss halt schauen, also es wird lange, lange dauern, bis so was auch dann funktioniert in dem Unternehmen. Aber da gibt es innovative Leute, die so einen Spirit mitnehmen wollen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer wieder Möglichkeiten schafft, wo die verschiedenen Arbeitswelten aufeinandertreffen und voneinander lernen können. Also der deutsche Mittelstand hat durchaus auch eine Chance im Netz. Ob der deutsche Mittelstand eine Chance im Netz hat? Ja, ich hoffe doch sehr. Ich glaube daran. Bleiben wir erstmal nochmal bei der Befruchtung der Gegenseitigen. Gunnar Bender, wie gesagt, mehr in den größeren Unternehmen unterwegs, aber wie kann man da trotzdem auch so eine Art Start-up-Kultur reinbringen? Das ist genau das Thema Kultur. Es geht darum, eine Kultur zu schaffen in einem Unternehmen. Und da geht es nicht darum, jetzt wirklich nur die lila kühle Kühe in die Ecke zu stellen, sondern dass es ein Großraumbüro gibt, hat ja auch damit zu tun, dass das einfach die Kommunikation erleichtert. Es gibt, also ich habe Unternehmen gesehen, da geht jeder in seinen kleinen Kabuff rein, noch am besten eine Tür ohne Glas. Die gehen da morgens rein und kommen abends raus und keiner hat die den ganzen Tag gesehen. Es ist nicht unbedingt eine Atmosphäre, die für Kreativität spricht. Und da ist die Frage, wie kriegt man dieses Kulturmomentum da rein? Und Kultur kann man eben nicht anordnen. Man kann einen Rahmen dafür schaffen, einen fruchtbaren Boden und dann muss Kultur organisch sich selber bilden. Anders geht das nicht. Und deshalb sieht man auch im Silicon Valley beispielsweise, dass die Unternehmen dort einfach eine Architektur haben, die einfach auch an einen Uni-Campus angelehnt ist, wo man im Grunde genommen auch dort einfach die Möglichkeiten hat, sich auf dem Campus auszutauschen, miteinander in den Dialog zu gehen, um dann eben innovative, neue Ideen einfach auch ausprobieren zu können. Und genau das kann man natürlich versuchen, auch in Unternehmen reinzumachen. Also das Unternehmen, für das ich im Augenblick tätig bin, die E-Plus-Gruppe, ist natürlich auch der Herausforderer im Markt. Das heißt, das ganze Thema disruptiv an Sachen heranzugehen, Sachen zu hinterfragen, ist einfach Teil der Unternehmenskultur dort. Und das ist halt bei anderen Wettbewerbern, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nenne, nicht der Fall. Und das einfach in die Köpfe der Menschen auch reinzubekommen, ist eine alltägliche Kommunikationsaufgabe und man muss immer aufpassen, dass sich da nicht auch Bürokratie einschleicht. Denn je älter ein Unternehmen wird, desto mehr Mitarbeiter dabei sind, desto mehr Prozesse aufgesetzt werden, auf einmal findet man sich wieder und sieht halt doch aus wie die Telekom. Und das ist dann halt eben, das gilt es zu verhindern. Und nur so kann man sich eben eine Gründermentalität aufrechterhalten. Und die Frage ist, wo kommen frische Ideen her? Also die E-Plus-Gruppe hat gerade einen Venture-Fonds aufgesetzt, Fast Lane Ventures. Im Grunde genommen auch da können sich Start-up-Unternehmer melden und wird man einfach schauen, passt das zum Unternehmen und wie kann man darüber dann auch frische Ideen, frischen Spirit wieder in das Unternehmen zurückführen. Ja, die Finanzierungsmöglichkeiten sind ja schon mehrfach angesprochen worden. Wie sieht es da in Deutschland im Moment aus? Fragen wir auch vielleicht die Gründer nochmal direkt. Besteht da ausreichende Möglichkeiten an Geld zu kommen? Wenn ja, sollte man auch Wagniskapital annehmen oder sich mit Business Angels zusammentun? Oder also im Gegensatz dazu, dass man eben auch Anteile abgeben muss? Oder sollte man eher andere Finanzierungsmöglichkeiten suchen? Ich bin ja eher so aus der Investorenecke, also auch wenn ich im Herzen natürlich immer noch Gründer bin. Wir gründen ja ab und zu auch eigene Unternehmen, also wo wir, sag ich mal, die ganzen Anteile haben, auch keine hergeben und irgendwie mal selbst auch versuchen, das Ganze zum Erfolg zu bringen. Und ja, Geld ist ja momentan doch ein bisschen was da, wird ja auch immer wieder fleißig was nachgedruckt und die, ich sag mal, diese Crowdfounding-Geschichten, die kommen ja jetzt auch so richtig ins Laufen. Die gerechtlichen Grundlagen gab es ja, glaube ich, schon länger. Also bis 100.000 Euro kann ja in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, ohne irgendwelche Prospekte, die man da extra drucken muss, wo dann so Drachen drinstehen, wie Achtung, wie immer McDonalds-Kaffee könnte heiß sein, man könnte sich verbrühen. Das braucht man, glaube ich, bis zu dieser Grenze von 100.000 Euro nicht. Ich finde das gut, dass es das gibt und die, ich sag mal, Unternehmen, die sich in dem Bereich jetzt tummeln und Gelder einsammeln für Unternehmen, sind ja, so wie man das sieht, auch sehr erfolgreich. Also da werden Unternehmen jetzt auch gerade in dieser Größensumme von 100.000 Euro innerhalb von 2, 3 Stunden finanziert durch halt ganz, ganz viele Leute, die mit kleinsten Beträgen, sage ich mal, von, glaube ich, ab 250 Euro da sich mit einbringen und ist natürlich auch gleichzeitig Marketing-Aspekt mit dabei, also so sich einer größeren Gruppe dann auch bekannt zu machen und gleichzeitig auch Kunden zu gewinnen über diesen Kanal und von der Seite, finde ich, gibt es da eigentlich schon relativ viel. Ich meine, dass die Banken bei irgendwelchen Internetprojekten nach wie vor skeptisch sind, also wenn ich mich daran erinnere, so Ende der 90er, als ich da mal zur Bank ging, ich brauchte da auch gar kein Geld so richtig, hatte ein bisschen Startkapital, aber da wurde mir vorsorglich schon mal gesagt, hier, Girokonto, kein Problem, Tagesgeld auch, aber so mit Krediten, also in dem Business, das wäre wohl schwer und ich habe dann gemeint, ja, ich habe da aber auch eine Domain, die habe ich da gekauft und da guckt er mich dann mit großen Augen an, Domain, was ist das denn und die war dann ja auch im Anlagevermögen, in der Bilanz, aber das reichte denen nicht, da muss es eben doch wieder die Maschine sein oder die Landmaschine, wie es eben da erwähnt wurde, also ich glaube, das ist nach wie vor ein Problem und wird von den Banken recht restriktiv gehandelt, wenn ich da Fremdkapital haben will, insofern, also ich setze da voll auf Eigenkapital, auf mutige Investoren und da gibt es immer mehr von, die bereit sind, da auch ein Risiko einzugehen und wie gesagt, mit kleineren Beträgen, ich meine als Internetunternehmen, wenn ich jetzt nicht gleich eine riesen Lagerhalle brauche mit Logistik und allem drum und dran, kann ich ja nach wie vor mit relativ überschaubaren Mitteln mich selbstständig machen, das ist der größte Vorteil, finde ich, den das Internet bietet für Gründer, dass man eben nicht irgendwie gleich die 500.000 Euro für die Produktionsstraße braucht, sondern mit einer tollen digitalen Idee auch mit durchaus weniger Geld starten kann. Die Twitter-Nutzer fordern ja schon seit längerem, also unsere Twitter-Beobachter fordern schon seit längerem eine Runde Banken-Bashing. Herr Orban, wollen Sie da auch mit einsteigen? Also sind die Banken hierzulande wirklich der Grundstein allen Übels oder ist es doch ein bisschen differenzierter zu sehen beziehungsweise wo kriegen Sie Ihr Geld her oder wo würden Sie sagen, ist es vernünftig, Geld herzubekommen? Also man muss da differenzieren und vielleicht da auch nochmal der Punkt, wenn man sich die Gründerszene hier in Berlin anguckt, habe ich natürlich in Berlin wesentlich mehr Möglichkeiten. Ja, ich habe natürlich Treffpunkte, ich habe einen Campus, wo ich Leute treffen kann und habe natürlich da die Möglichkeit, auch den Zugang zu Geld viel einfacher zu bekommen, als ich das irgendwo auf dem platten Land habe. Und wenn Sie das Thema Banken da ansprechen, auch da ist es letztendlich so, ich weiß, dass hier in Berlin zum Beispiel auch relativ viel Fördermittel über die Banken in die Startup-Szene fließt, was ich auch hervorragend finde und was auch weiterhin unterstützen soll und will, aber man muss doch letztendlich überlegen, was mache ich als Startup-Unternehmer, wenn ich eben aus Herford komme oder so wie ich aus Ebenbüren, das was bei Ostenbrück liegt, ist nicht ganz so weit entfernt, aber ich meine, wir kennen alle unsere Region. Normalerweise sind dort die Sparkassen vor Ort die Banken, die normalerweise genau solche Gründer finanzieren müssten. Wir haben dann ja auch KfW-Fördermittel, die man ohne Ende kriegen kann. So liest es sich immer zumindest auf der KfW-Internetseite. Aber am Ende des Tages kann ich als Gründer ja bei der KfW überhaupt gar nichts beantragen, sondern ich muss wieder zu meiner Hausbank. Und meine Hausbank kann als Unternehmer sicherlich auch nachvollziehen, will natürlich das verkaufen, wo sie Geld mitverdient und nicht das verkaufen, wo sie nur das Risiko trägt und nur die Arbeit hat und am Ende des Tages nichts verdient. Und an KfW-Krediten lässt sich nur mal nichts verdienen. Am Ende des Tages brauchen wir, glaube ich, in Deutschland, um eine Gründerkultur, auch auf dem platten Land, etwas weiter auszuweiten, brauchen wir die KfW in der Breite und wir brauchen sie letztendlich ansprechbar direkt für die Gründer. Und dann kann es auch sicherlich passieren, dass ein Gründer, der mal wirklich nur 20.000 Euro benötigt, denn ich gebe Ihnen vollkommen recht, als Internetunternehmer kann man sich wirklich mit Small Capital selbstständig machen. Aber wenn ich gerade frisch von der Uni komme, habe ich selbst diese 10.000 oder 20.000 Euro nicht und muss damit zur Bank gehen. Das ist nämlich genau der Punkt, wir haben da letztendlich auch irgendwo ein Delta zwischen dem, was als Venture Capitalist oder als Business Angel bereit ist zu investieren in so ein Unternehmen. Da sind die Summen meistens ein Stück höher als diese 10.000 bis 20.000 Euro, weil das Problem ist letztendlich das Screening der Projekte, sich diesen Projekten widmen und dieser Arbeitsaufwand für einen VC letztendlich viel zu groß ist und dieser VC am Ende des Tages mehr Aufwand in die Begutachtung des Unternehmens stecken muss eigentlich als Geld. Und ich meine, wenn dann große VCs kommen, die investieren meistens dann doch gleich mal 100.000, 500.000 oder eine Million. Bloß, wenn man als kleiner Gründer losgeht und man vielleicht nur 10.000 Euro braucht, dann hat man in Deutschland schon ein echtes Problem. Ja, Gunnar Bender zu Banken und Business Finanzierungsmöglichkeiten. Mikro. Also ich werde jetzt nicht auf die Banken einschlagen, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, an Geld zu kommen, wenn ich eine sensationelle Idee habe. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass niemand Geld zu verschenken hat an der Stelle, dass aber in dem Augenblick, wo sowohl die Idee als auch das Team, was hinter dieser Idee steht, dass sich dann auch ein Geldgeber dafür finden wird. Also die Frage ist halt tatsächlich nur, bin ich in dieser fast, ich würde schon fast sagen, Biotop, bin ich in der passenden Umgebung mit dieser Idee unterwegs? Wenn ich natürlich, ich wohne auch in Ostwestfalen, kann ich ja hier mal sagen, aber wenn ich, wenn ich aber nur da abhänge, habe ich keine Chance. Sondern da muss ich möglicherweise nach Berlin mal kommen, ins Beta-Haus. Und in den USA ist ja auch kein Zufall, dass bekannte Gründer, die ich auch bald kenne, mal ins Silicon Valley ziehen, in jungen Jahren, um dort möglicherweise das Business aufzumachen. Es ist ja kein Zufall, es gibt ein schönes Buch von Malcolm Gladwell, der auch damals Tipping Point geschrieben hat, das Buch heißt Outliers. Da geht halt der Sache mal auf den Grund, warum ein Steve Jobs ein Steve Jobs und ein Bill Gates ein Bill Gates geworden ist. Die waren halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also dass ein Steve Jobs dort die elterliche Garage eben genau dort im Silicon Valley hatte, hat ihn vielleicht noch nicht zu Steve Jobs gemacht, aber er war halt einfach da. Er konnte eben bei HP eben vorbei und da mal in jungen Jahren schon mal reinschauen. Und die Frage ist doch, muss ich dann, wenn ich davon beseelt bin und genau diese intrinsische Motivation habe und eben genau dieses Macher-Gen habe, muss ich dann nicht auch eben das Risiko eingehen und dann meine Tasche packen und zum Beta ausgehen? Weil möglicherweise ist das ja schon so ein Zentrum, von dem weitere Sachen ausgehen kann. Nur deshalb sage ich einfach, wir müssen irgendwo einmal anfangen und wir müssen irgendwo jetzt mal eine Lanze brechen und sagen, hier Berlin ist von mir aus Startup Capital. Hamburg fängt gerade an mit der Internetinsel. Jeder fängt da gerade wieder an irgendwie rumzuschrauben an irgendwelchen Lösungen und gleichzeitig sagt, wo bereit, er kann die Startup-Unternehmer nicht begrüßen. Also was er dann auch wieder zurückgenommen hat. Also es ist einfach Kommunikationschaos auf allen Ebenen und ich würde mir tatsächlich wünschen und auch da kann ich hier nur den Tweets die ganze Zeit reinklickern, auch beipflichten. Nicht immer nur reden, sondern machen im Sinne von eine ordentliche Kommunikation aufsetzen. Ich meine, wir sitzen hier bei den digitalen Liberalen, die sind in der Regierungsverantwortung. Also bitte schön, auch da Richtung Wirtschaftsministerium mal gesprochen, nicht eine Plakatkampagne raushauen, wo ich sowieso die falschen mit erreiche, sondern mal Leute fragen, die sich damit auskennen. Und dann auch, einfach weil ich, ich mache jetzt keine Werbung für alle möglichen Agenturen, aber eine, weil der Name so schön passt, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr, ist eine echte, coole Agentur, die richtig geile Sachen machen, nur die Truppe ist für die andere Partei unterwegs. Und da frage ich mich dann auch, warum kann man nicht einfach mal jetzt hier rangehen und mal ein bisschen zeigen, wo eigentlich Gründerland ist, nämlich in Deutschland. Ja, das waren jetzt schon einige Punkte, die wir aufgegriffen haben. Wir geben, wir müssen jetzt leider auch gleich ins Publikum geben, wir können hier noch einige Themen besprechen. Also ich habe noch einiges da, aber das Leider wird wieder gestrichen. Aber ich denke, wir geben noch einmal das Wort an Manuel Höferlin jetzt für diese Runde. Ich denke, es kommen auch noch einige Fragen aus dem Publikum. Was wir noch auch besprechen wollen, also einmal die Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch, was jetzt mehrfach genannt wurde von unseren Gründerrednern, das Thema Datenschutz eher als Hindernis beim Gründen oder beim Aufsetzen von Internetgeschäftsmodellen oder ist es nicht vielleicht sogar von Vorteil, dass es hier in Deutschland relativ strenge Datenschutzregeln gibt? Gut, ich fange mal von vorne an. Ja, natürlich, wenn man in Regierungsverantwortung ist, kann man auch etwas für den Bereich Gründertum in Deutschland tun. Ich denke, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir machen das, ein Teil davon ist das E-Government-Gesetz, das ist nicht ein Gesetz, wo das ein Gesetz ändert, das ist ein Artikelgesetz, das heißt, wir verändern mit diesem Gesetz, derzeit sind es 20 andere Gesetze und ich habe jetzt auch gerade ein Gespräch geführt, wo durchaus ein Interesse noch besteht, vielleicht noch ein paar mehr Artikel, sprich noch ein paar mehr Gesetze, sprich auch noch ein paar mehr Ministerien daran anzusprechen, doch auch in ihrem Bereich was zu ändern und ich glaube, ich habe es vorhin beschrieben, ist eines der Barrieren, den man vor den Gründern sozusagen senken muss oder wegnehmen, werden wir es wahrscheinlich nie ganz können, aber auf jeden Fall senken muss, dass das Gründen einfacher wird. Da sind wir dran. Das Thema Banken, es kam ja über die Twitter-Wall mit einem Hashtag versehen haben Konto, also wir haben ja gerade die Diskussion im Bundestag, ob Banken verpflichtet werden können, ein Haben-Konto zu führen, da geht es mehr um die Diskussion Verbraucher, weil es viele Menschen in Deutschland gibt, die wirklich kein Girokonto haben und deshalb von diesem Zahlungsweg komplett abgeschnitten sind. Beim Gründertum geht es ja in der Regel meist darum, dass sie keinen Kredit bekommen, so einfach und die Krux ist ja, dass wirklich viele clevere Gründerideen gar nicht viel Kapital brauchen, weil so ein Gründer, der jetzt nicht eine Riesensuperidee hat, häufig hingeht, eine Idee hat und dann von vornherein plant, nicht so viel Geld dafür auszugeben und das wird ihm nachher dann oft zum Verhängnis, weil wird er das Fünffache ausgeben, wird er vielleicht jemanden finden, der ihm das Geld gibt, aber weil er von Anfang an so vorsichtig plant und am Ende nur 25.000 Euro braucht, sagt einer ja, also wegen 25.000 Euro machen wir das aber nicht. Hätte er 250.000 oder eine halbe Million gewollt und das Ganze aufgeblasen, dann hätte er womöglich eins bekommen, das ist irgendwie paradox und kann auch nicht sein. Da gibt es bestimmt verschiedene Bankentypen, würde ich jetzt mal sagen, die da eher bereit sind, Geld zu geben und andere Bankentypen, die es weniger tun. Es gibt ja auch Banken, an denen man sich selbst beteiligen kann, die sind dann vielleicht auch eher gewillt, einem was zu geben. Den Bankentypen hat dann jetzt jeder verstanden. und ich meine jetzt übrigens nicht die an der Börse gehandelten, aber gut, nur noch vielleicht, gut. Dann war die Frage, eine interessante Sache war diese Frage mit Eigenkapital. Das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Da geht man hin, sagt, ich habe eine Domain, die ist 10.000 Euro wert. Dann sagt die Bank, ja, aber die hat ja nur 20 Euro gekostet oder 5. Wenn ich aber einen Rechtsstreit kriege über die Domain und der Streitwert auf 20.000 Euro festgesetzt werde, dann muss ich als ordentlicher Kaufmann eine Rücklage von 20.000 Euro bilden, weil es könnte ja sein, dass ich womöglich das als Bilanz, also als vorsichtiger Kaufmann, muss ich dann immer den größten Wert annehmen. Das ist auch irgendwie unsinnig. Also die Bewertung dieser weichen Kriterien, und das ist in der Netzwelt ja besonders stark, ist irgendwie eben nicht mehr wie die Maschine oder die Produktionsstraße. Da muss man sicherlich auch noch was ändern. Da kann man vielleicht auch, weiß ich nicht, das ist zu wenig, zu wenig Finanzler und vielleicht auch mal da noch was machen, da müssen wir mit dem Finanzler sprechen, das tun wir bestimmt auch noch. Um die Runde zuzumachen von den Fragen, war ja die Frage auch noch Datenschutz. Ich glaube, es gibt in Deutschland Grips und Gründergeist. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass beides sich auch gut entfalten kann. Also Grips, glaube ich, haben wir in Deutschland. Das Kapital in Deutschland ist zwischen den Ohren, hat Rainer Brüderle mal gesagt. Das ist unser Bodenschatz sozusagen. Und wenn man dann auch so Empfindungen wie MP3 dann auch selbst, nachher was selbst rausholt, ist es gut. Da muss man irgendwie hin. Und der Gründergeist ist da, der kann aber gefördert werden. Auch wenn ich jetzt Bundespolitiker bin, in den Schulen ja, finde ich bewusst eine gute Idee mit den Schülerzeitungen. Vielleicht sollten so Unternehmen wie Beta House einfach Werbeanzeigen in Schülerzeitungen stellen. Ja, das wäre mal so eine Idee. Nee, aber einfach, manche sind ja nicht teuer. Die Schülerzeitungen wollen immer gerne ihre Zeitungen finanziert haben. Und dann hat man genau die Leute erwischt, die sozusagen vielleicht darüber nachdenken, später mal Gründer zu werden. Ist ja ganz gut, vielleicht besser, als die lokalen Banken da alle reinzumachen, vielleicht mal ein, zwei Gründerzentren in so einer Schülerzeitung zu haben. Der Datenschutz hindert manchmal in Deutschland die Gründung. Deshalb, weil das auch eine Hürde ist. Aber sie kann auch, wenn man sie richtig ausgestaltet, natürlich auch ein Verkaufsargument werden. Und das ist genau die Krux, in der wir Liberale immer wieder stecken. Wir wollen auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit haben, ein Wachstum, freie Innovationen auch zu fördern. Auf der anderen Seite sind viele Geschäftsideen heute eben damit verbunden, dass man Daten nutzt. Wir haben jetzt im nächsten Panel genau diese Diskussion, deswegen will ich das nicht zu weit fortführen. aber diese Balance herzustellen, trotzdem zu sagen, selbstbestimmtes Umgehen mit seinen Daten, aber eben auch Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die bestimmte Vorsichtsmaßnahmen pro Datenschutz einstellen oder einstellbar machen, die trotzdem dann möglich zu machen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, nicht nur hier, aber wir sind halt vielleicht auch ein bisschen, ich provoziere es mal, verschrien in der Welt als das Land des Datenschutzes und große Unternehmen, die weltweit agieren und ich habe auch mit Gründern gesprochen, die haben wir nicht gegründet, weil sie gesagt haben, unser Geschäftsmodell ist so extrem datenschutzbezogen, dass wir es lieber vorgezogen haben, bevor wir uns mit 17 Datenschutzbeauftragten streiten, in die USA zu gehen und von dort aus unser Geschäftsmodell zu starten. Das muss uns natürlich dann zu Gänken geben. Also da müssen wir noch was tun. Ja, machen und nicht nur reden. Wir wollen trotzdem noch ein bisschen weiterreden mit dem Publikum. Voller Freude geben wir das Mikro auch ab. Jetzt mal, also wir haben hier zwei Saalmikrofone beziehungsweise eben von uns direkt auf dem Podium, an die Sie Ihre Fragen richten können. Ja, da haben wir auch schon die Damen und Herren mit den Mikros. Eine erste Wortmeldung sehe ich da hinten. Wenn Sie sich bitte auch kurz vorstellen und möglichst auch eine Frage irgendwann formulieren. Ja, mein Name ist Ben Heine, ich arbeite für die Aktionärsforum AG, ein Startup in Berlin und bei uns war es so, dass die Finanzierung gar nicht das Problem war, sondern unser Geschäftsmodell ist Business to Business und das ist eben schwierig, für uns an größere Unternehmen ranzugehen und überhaupt die für unsere Idee zu begeistern, dass sie mit uns zusammenarbeiten oder überhaupt ein Pro Bono Projekt mit uns machen und meine Frage an die Runde wäre, ich weiß jetzt nicht, wer es beantworten will, welche Möglichkeiten können geschaffen werden, um einfach große etablierte Unternehmen in Deutschland mit Startups zusammenbringen und dann das zusammen irgendwie, was erarbeitet wird oder an Projekten erarbeitet wird. Ja, Punkt Vernetzung, wer mag dazu was sagen? Also ich glaube, wenn man mal durch die großen Unternehmen durchschaut, es gibt nicht die eine Schnittstelle, wo eben sich Gründer melden können, aber mittlerweile sind glaube ich alle größeren Unternehmen darauf gepolt, dass man die nächste Innovationswelle nur dadurch einläuten kann, dass man eben sich öffnet, dass man nach außen geht, dass man mit den passenden frischen Leuten einfach zusammenarbeitet und wir beispielsweise sind hier in Berlin auf die Straße gegangen im Grunde genommen und haben unser viel zitiertes Basecamp eröffnet, wo einfach eine Veranstaltungsfläche ist, wo die Startup-Gründer mittlerweile mit unserem CEO dann regelmäßig zusammentreffen. Und solche Foren muss jedes Unternehmen für sich selber finden. Ich weiß auch, dass unsere Wettbewerber das mittlerweile machen und genau so denke ich, muss der Ansatz sein. Ich glaube nicht, dass es die eine Lösung gibt und das eine Forum, das Beta-Haus hat sicherlich auch andere Konzepte dafür, wie man etablierte und frische miteinander zusammenbringt. Das sind halt einfach Netzwerken, ist Teil des Geschäfts, würde ich sagen. Morgen früh vorbeikommen im Beta-Haus. Jeden Donnerstag Beta-Breakfast, da ist die Chance ziemlich groß, dass du jemanden triffst. Ja, haben wir weitere Fragen im Publikum? Susanne Jensen, tätig für Content Management. Wenn ich jetzt diese Runde richtig verstanden habe, dann benötigen nicht nur unsere Lehrer dringend eine Fortbildung, sondern auch Banker, also das bedeutet, also diese Sachbearbeiter, die dann auch mit den Vertretern von diesen Start-up- Unternehmen zu tun haben, sind die nach wie vor nicht up-to-date und wäre es dann nicht sinnvoll, denn auch an die Enquete- Kommission, dann wirklich die Runde und ihre Gespräche zu erweitern, nicht nur auf Netzmedien Engagierte, sondern eben auch Bereich Schulpolitik und auch Vertreter von Banken. Wer möchte? Vielleicht einen Satz dazu, weil es eine schöne Überleitung ist, noch mal zu dem Titel der Veranstaltung, Netzpolitik ist Punkt, Punkt, Punkt. Für mich ist tatsächlich Netzpolitik eine Querschnittsaufgabe, die alle Politikbereiche anbelangt. Das ist definitiv nicht Medienpolitik 2.0, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist einfach ein Transparenzauftrag für etablierte Politikfelder, es ist ein Dialogauftrag für Politiker an der Stelle, wirklich den Bürgerdialog dann auch zu führen. Ich weiß, dass die anwesenden Politiker alle schon machen, aber wichtig ist, glaube, zu verstehen, dass lebenslanges Lernen ist eine Kernkompetenz, die man wirklich jedem in Deutschland, egal wie alt er ist, ständig vor Augen führen sollte. Und das ist etwas, was in den Schulen besser auch verdeutlicht werden müsste, in den einzelnen Lehrplänen, denn die meisten Schüler werden so darauf geprimed, dass sie im Grunde genommen das durchlaufen müssen und danach ist sozusagen die Lehre beendet, was völliger Quatsch ist, weil das ganze Leben die Lehre im Grunde genommen, denn die ganzen Berufsfelder, für die die Kids heute lernen, die gibt es jetzt noch nicht. Das heißt, mein schönstes Beispiel war immer der Suchmaschinenoptimierer. Der Suchmaschinenoptimierer, die Jungs werden gehandelt wie Fußballspieler, aber nirgendwo gibt es nur ordentliche Ausbildung dafür. Und die Frage ist doch, wie kriegt man das in die Köpfe rein, dass man genau diesen dynamischen Prozess des lebenslangen Lernens im Grunde genommen in allen Altersgruppen verankern kann. Und das ist für mich Netzpolitik. So und jetzt noch mal zur Enquete. Bevor ich zur Enquete was sage, klar kann man das, also ich fange andersrum. Die Enquete kann das sicherlich, wir haben ein festes Arbeitsgebiet in der Enquete, das heißt, wir haben, ich glaube, es sind 33 Punkte, die wir abarbeiten in unseren Arbeitsgruppen. Da kann man großzügig ein paar Dinge subsumieren. Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe, Arbeitwirtschaft, Green IT, da könnte man es reinpacken, ich weiß nicht genau, ob es auf dem Plan draufsteht, muss man schauen. Da sind wir jetzt nicht so frei zu sagen, wir machen jetzt mal, nehmen uns zu eines Themas an. Anders ist es in der Fraktion, Gunnar Bender hat es gerade gesagt, diese netzpolitische Veranstaltungsreihe heißt mit Absicht Netzpolitik ist Punkt, 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 weil wir eben eine Reihe von Seiten durchlaufen wollen. Und sicherlich ist das Thema, wie können wir junge Menschen dafür begeistern, dass eine Möglichkeit ihres Lebensweges sein könnte, Gründer und Unternehmer zu sein, ist halt auch eine Frage von Bildungspolitik. Das kann man bei der Veranstaltung, die dann bis Sicherheit noch kommt, Netzpolitik ist Bildungspolitik oder Ähnliches machen. Man kann dazu auch mal eine Einzelveranstaltung machen, es wird auch kleinere Veranstaltungen geben, die sich vielleicht an einer speziellen Frage annehmen. Das kann man durchaus mal dann tun. Heute wollten wir halt mal zeigen, weil es oft Netzpolitik einfach so als Risikothema begriffen wird im Bereich Innen und Recht, gerade in den jetzigen Zeiten, hat Netz und Internet häufig eher das Böse und die Chancen stehen dann hinten an und wir verstehen in der Fraktion eben, dass Internet und die Möglichkeit des Netz mehr als Chancen und das vor allen Dingen in der Wirtschaft und das vor allen Dingen dann eben auch bei diesen Themen, die vielleicht auch schon umstritten sind wie das nächste Paddel oder bei Themen, die die ganze Gesellschaft betreffen können, wenn man Gründer anspricht. Deswegen haben wir uns jetzt mal was rausgepickt, aber da kann man natürlich viel drunter verstehen und sicherlich hängt das auch zusammen. Netzpolitik ist ein Querschnittsthema und hier kann Wirtschaftspolitik alleine nicht dazu helfen, dass man mehr Gründer oder mehr erfolgreiche Gründer hinkriegt, sondern da muss man mit Bildungspolitik zusammenarbeiten, da muss man vielleicht auch mal gesellschaftspolitisch reden, wenn es um das Scheitern, das Akzeptieren von Scheitern in Biografien von Menschen geht. Also das ist ja auch eine Frage von Verständnis, wie wir unsere Gesellschaft verstehen. ist durchaus gesellschaftlich absolut nicht anerkannt. Wenn jemand sagt, ja, was hast du gemacht, also man stellt sich vor, man hat so ein Klassentreffen nach zehn Jahren und dann kommen wir da hin und man sagt, was hast du gemacht, naja, ich habe drei Firmen aufgebaut und läuft es gut, naja, ich bin jetzt einer vierten, dann kriegt man eher nicht so den Superapplaus. Wenn man sagt, ich habe eine Banklehre gemacht und komme jetzt voran, dann ist es okay. Und wenn man sagt, ich bin irgendwie angestellt und bin jetzt schon durch drei Abteilungen durch und habe jetzt mehr, ist auch irgendwie normal, aber dass honoriert wird, dass man eben dreimal hinfällt und immer noch ein viertes Mal aufsteht und sich eben wieder auf den Hosenboden setzt und wieder Risiko eingeht, was eigentlich unter Umständen ein viel größerer Aufwand und viel größeres Engagement bedeutet, das fehlt einfach eine gesellschaftliche Anerkennung. Da können wir jetzt, sage ich mal, das können wir nicht per Gesetz verordnen. Das ist eine Frage von gesellschaftlicher Diskussion. Und Politik kann man immer nur dann machen, wenn es auch eine gesellschaftliche Begleitung dazu gibt. Man muss Presse mitspielen, die muss nämlich transportieren, weil die Wahrnehmungsschwelle für gesellschaftliche Diskussionen muss überschritten werden. Da ist Presse ganz wichtig, aber da ist eben auch eine Bereitschaft in der Gesellschaft dafür notwendig. Und man muss auch vielleicht mal als Wirtschaftsministerium mal eine, wie war es vorhin so schön, eine Kampagne machen, um irgendwas nach vorne zu treiben. Damit allein ist es allerdings nicht getan, aber ich finde, wir geben für viele Sachen Geld aus mit Kampagnen in Ministerien. Man könnte durchaus auch da mal wieder was machen, aber wie gesagt, alleine nicht und mehreren Sachen zusammenlaufen. Aber um vielleicht noch abzuschließen, vielleicht ist auch die Sache des Gründers ja auch gar nicht die, dauernd Hilfe vom Staat zu erwarten. Also die Eigenschaft des Gründers ist ja eigentlich gar nicht die, dass er sagt, ich will jetzt da dauernd vom Staat irgendeine Hilfe bekommen. Er will nur nicht permanent was inzwischen die Beine geworfen bekommen. Die Rahmenbedingungen müssen letztendlich stimmen, weil wenn die Rahmenbedingungen für einen Gründer oder für ein Unternehmen stimmen, dann kann sich ein Unternehmen auch anders entfalten. Und vielleicht um auf die Frage mal etwas genauer einzugehen, die sie eben gestellt haben. Müssen denn eigentlich Banker Nachhilfe haben oder müssen die noch was lernen? Sicherlich müssen die alle was lernen irgendwo, aber ich sage mal, die Banker brauchen eine Rahmenbedingung. Als Banker habe ich doch erstmal die Aufgabe für meine Bank natürlich Geld zu erwirtschaften und nicht zu verpulvern. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass ein Banker, der ein Konzept nicht überzeugend findet oder vielleicht auch gar nicht versteht, weil er kann auch nicht alles verstehen, dass ein Banker dann in dem Augenblick vielleicht auch gar nicht das Geld raus tun darf. Aber vielleicht muss Basel 2 und so weiter die ganzen Stichwörter, die wir haben. Jede Bank muss alles an Krediten mit Eigenkapital hinterlegen. Da müssen andere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wenn diese Rahmenbedingungen von der Politik geschaffen werden, dann können auch Banken ganz anders agieren. Ja, haben wir noch weitere Fragen, Wünsche, Anregungen aus dem Publikum? Oder haben wir sie alle schon erschlagen, mehr oder weniger, mit den Banken? Sonst würde ich noch mal eine kurze Frage stellen zum Thema Grips und Gründerkreis zu unserem Unter-Motto. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, dass vielen Gründungen hierzulande so ein bisschen im Ruf stehen, nur erfolgreiche Geschäftsmodelle aus den USA oder aus anderen Ländern zu kopieren. Also die berüchtigten Copycats. Ist das tatsächlich so, dass das hier ein wichtiger Bestandteil der deutschen Gründerkultur ist? Oder ist das ein bisschen zu kurz gegriffen? Also geht es, diesen Copycats hängt ja auch dann so der Ruf an, dass es nur um schnell Geld machen geht. Also nicht wirklich ein eigenständiges Unternehmen aufzubauen, sondern möglichst schnell halt auch wieder zu verkaufen und an den neun Mark gibt es ja nicht mehr, aber an die Börse oder sonst wohin eben zu gehen. Herr Urban, Sie haben ja auch Buch.de mit gegründet damals. War das jetzt so dieser Hintergedanke? Stimmt das so oder ist das doch eher in den Bereich der Gerüchte zu verweisen? Also Buch.de war nie ein Copycat, weil Amazon gab es zum damaligen Zeitpunkt auch gerade erst ganz neu. Also Amazon war auch kein Stück weiter als Buch.de das am Anfang war. Aber und jetzt kommen wir genau zu dem Thema. Warum konnte ein Amazon von vornherein viel größer wachsen? Es ist natürlich klar, wenn ich in meiner eigenen Muttersprache Englisch zu Hause bin und in Amerika mal x-fach so viele Leute habe als in Deutschland und darüber hinaus natürlich mit einem Unternehmen, das ich auf der englischen Webseite trimme, auch weltweit ganz andere Leute erreichen kann, dann haben wir natürlich schon mal das Problem, dass ich mit einer deutschen Internetseite, naja gut, die sogenannten Dachmarken erreiche, ja und vielleicht auch noch ein paar Holländer und ein paar Belgier und ein paar Dänen, aber ich meine am Ende des Tages werde ich niemals einen so großen Kreis kriegen, wie ich das allein in Amerika oder weltweit noch erreichen kann. Und dadurch entstehen natürlich häufig die richtig guten Ideen in Amerika, weil sie natürlich einen ganz anderen Wachstumsprognose von vornherein haben, weil das Potenzial größer ist. Und ich meine, es gibt ganz viele Ideen, die hier in Deutschland übernommen worden sind, die dann sogenannte Copycats sind. Also viele dieser Copycats haben meinen Alltag und sicherlich auch den Alltag vieler anderer Leute bereichert und nach vorne gebracht und ich freue mich über jeden Gründer, der den Mut hat, etwas Neues anzupacken und sei es, dass er die Idee einfach nur aus Amerika adaptiert hat. Ich meine, selbst Norman Rentrop hat mit seiner Geschäftsidee, die er, ich weiß nicht, 1985 nach Deutschland getragen hat, die hat, es war auch letztendlich eine Idee, die er aus den USA mitgebracht hat. Ja, auch lose Blattsammlungen sind nicht in Deutschland erfunden worden, sondern in Amerika. Das ist auch eine Art Copycat gewesen und waren sehr erfolgreich und von daher finde ich jetzt diese Copycat Diskussion kommt ein bisschen daher, weil nun aus der Samba-Ecke dann immer eine relativ schnelle Geld mitgemacht wird. Ja, es sei ihnen zu gönnen, aber es ist natürlich, ich weiß nicht, ob das der Diskussion für die Gründer selber dienlich ist, weil wenn man eine richtig gute Idee irgendwo mal mitgenommen hat, dann kann man die in Deutschland auch gerne mal nachmachen. Wie wird das im Beta-Haus gehandhabt mit Kopieren, Klonen? Ja, das ist die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen. Wir haben ein paar interessante Gegenbeispiele, also bei uns entstehen ein paar Startups, die es wirklich noch nicht gibt und eine interessante Entwicklung ist, dass zum Beispiel einer unserer Startups, Coffee Circle, gerade von Chibo kopiert worden ist. Also bei uns werden ein paar Originale entstehen, die dann wieder kopiert werden. Alle sind glücklich, alle verdienen Geld damit. Wunderbar. Das war schon fast ein Schlusswort. Ich möchte aber den Mitgliedern hier auf dem Podium noch die Möglichkeit geben, in 50 Sekunden, also wirklich ganz kurz, einen Wunsch an die digitalen Liberalen jetzt, weil wir hier vor Ort sind, zu geben. Eine Forderung, was eben am wichtigsten Ihrer Meinung nach ist, um Deutschland weiter auszubauen als Gründerland und das Gründen anzuregen. Fangen wir mal ganz rechts an. Ja, also 50 Sekunden, oh je. Also dann beschränke ich das mal auf meinen Wunsch, eigentlich Bürokratie abzubauen. Das ist das, was am meisten halt jetzt aus meiner Sicht eben hier in Deutschland immer wieder im Weg steht, dass man mit Verwaltungsprozessen und mit eben Kontrollthemen zu tun hat, dass so viel reguliert ist, dass es immer wieder einengend wirkt. Also mein größter Appell wäre wirklich, ja, wir sind ja nun mit einer Partei hier zugegangen, die das FVN hat, wirklich mehr Freiheit zu wagen, da eben mehr Chancen zu nutzen und nicht alle staatlich kontrollieren und reglementieren zu wollen. Das wäre so meine größte Überschrift, dass wir mehr Unternehmer kriegen und nicht alle irgendwie Angst haben und nur Unterlasser bleiben. Ja, ich kann mich insoweit anschließen, dass ich denke, dass Kämpfen gegen die Angst sollte Schwerpunktthema sein, dass man also, ja, dafür sorgt, so wie ich das eingangs mal meinte, dass Gründen das Normalste der Welt ist. Das ist eigentlich so meine Kernbotschaft, mit der ich auch so hingekommen bin. Das muss zur Normalität werden und wenn das erreicht wird, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, da stimme ich Herrn Höferlin auch zu, wenn das erreicht wird, das dauert natürlich eine Zeit lang, wie viele Dinge dauern, wenn man was ändern will, aber ich denke, da muss was passieren und wenn die digital Liberalen sich da einsetzen, dann fände ich das toll. Frau von Mohl. Ja, ich kann mich meinen beiden Vorrednern anschließen, plus ich liebe konkrete Vorschläge. Wie wäre es denn mal mit so einer Art BAföG für Gründer, die frisch von der Uni kommen? BAföG für Gründer? Herr Höferlin darf auch Forderungen an die Kollegen natürlich stellen, ja. Also das ist mit dem BAföG wirklich interessant, sprechen wir mit unseren Finanzlern, die sind bestimmt sehr begeistert. Ich bin eigentlich jetzt eher derjenige, der zuhört, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Runde, die Abschlussrunde so interessant. Ich glaube, dass wir in Deutschland Krips und Gründergeist haben und ich kann nur sagen, ich tue jetzt in meinem Bereich gerne das, um vor allen Dingen Bürokratiehürden oder Hürden abzubauen. Und ansonsten würde ich mir vielleicht mal umgekehrt wünschen, dass mehr Gründer auch selbstbewusst als Gründer zu Nichtgründern sozusagen gehen. Also was wir vorhin gesprochen haben, die Idee in Schulen oder sonst wohin zu gehen und zu sagen, ja, auch zu zeigen, was es ist, Gründer, dieses Negativ-Image. Sie haben das vorhin sehr schön gesagt, dass man sich manchmal rechtfertigen muss, wenn man Unternehmer ist. Dabei ist der meist derjenige, der sich selbst als letztes das Geld bezahlt, wenn es dann darum geht, dass man solche Sachen einfach auch mal ein bisschen nach außen trägt und dass eben die Eigenschaft des Unternehmers nicht der ist, der irgendwo sitzt und als erstes das Geld abgreift und dann im dicken Auto rumfährt. Und das ist manchmal so, wenn manchen in der Wirkung einfach falsch. Und das würde, glaube ich, die gesellschaftliche Diskussion vielleicht ein bisschen befördern. Und für den politischen Teil nehme ich gerne alles mit, was ich hier höre und auch gerne sonst noch Kriege an Informationen und Wünschen. Gunnar Bender, wie kann man die Gründeragentur noch toppen? Ja, also Gründeragentur, also wichtig ist, glaube ich, tatsächlich auch immer das Thema Angst aufzunehmen und zu sagen, Angst hat immer Gründe. Und es ist meistens die Angst vor dem Unbekannten etwas, was man nicht versteht. Und insofern ist das für mich ganz klar der Auftrag auch an die Politik zu sagen, wenn wir über Netzpolitik reden, müssen wir auch über so etwas reden wie Netzkompetenzvermittlung oder Medienkompetenzvermittlung, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber wir müssen dieses Land dafür fit machen, dass man sich verändern muss. Wir können nicht glauben, dass die Welt einfach in Deutschland so stehen bleibt. So, da ist wieder eine Gründeridee gerade gekommen, ein Spamfilter für die Twitter-Wall der FDP, ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, ja, auch da hat man wieder was gelernt, das wird man beim nächsten Mal anders machen und dieses lebenslange Lernen, dass man einfach immer mit diesen Themen anders umgeht. Und das wird dazu führen, dass die Leute dann auch mal die Chancen sehen und diese thematisieren. Aber solange man nicht proaktiv für Aufklärung sorgt und die Themen erklärt, wird sich nichts ändern. Ja, ich wünsche mir von der Politik Gründerförderung in der Breite Deutschlands. Herr Bender sagte eben, ja, wenn man denn jung ist, dann soll man flexibel sein, um nach Berlin zu gehen. Ich glaube, irgendwann wird Berlin dann keine Wohnung mehr haben oder die sind unbezahlbar. Ich glaube, dass es im Ruhrgebiet oder in Nürnberg oder in Flensburg und sonst wo in Deutschland auch Gründer gibt, ja, die genauso gute Qualitäten haben und die auch genauso gut eine Förderung verdient haben und in ihrem Ort auch letztendlich Arbeitsplätze zu schaffen, dass, wenn man hier nach Berlin kommt, natürlich ein ganz anderer Hype da ist. Also das nehme auch ich immer wieder mit ins Münsterland zurück. Und wir finden es immer sehr erfrischend, aus Berlin wieder zurückzukommen und im Grunde genommen nochmal so einen Gründergeist mitzunehmen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, brauchen wir einfach Gründer überall in Deutschland, denn Deutschland findet nicht nur in Berlin statt. Ja, herzlichen Dank meinen Mitstreitern hier auf dem Podium und Ihnen im Publikum für die Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt eine ganz kurze Umbaupause und um 17.30 Uhr geht es dann gleich schon weiter mit Chance oder Risiko, neue Geschäftsmodelle mit Datenspuren im Internet. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus